Ich darf alle ganz herzlich begrüßen. Jetzt verstehen mich auch die Sachverständigen und die Gäste außerhalb dieses Raumes. Ich freue mich, dass wir uns hier zur 93. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit in Form einer öffentlichen Anhörung in einer Kombination aus Präsenz- und Online-Meeting treffen. Ich möchte alle bitten, falls Sie das noch nicht getan haben, Ihren vollständigen Namen, Vor- und Nachname im Webex-Meeting anzumelden, damit wir feststellen können, wer also online dabei ist. Und wenn wir Teilnehmer nicht vollumfänglich identifizieren können, dann schließen wir den oder die Teilnehmerin von der Sitzung aus. Deshalb bitte den Namen eintragen. Außerdem bitte ich darum, dass also die Mikrofone stumm geschaltet werden, so wie das also auch im Raum der Fall ist, auch an den Geräten. Und da gibt es also noch mindestens einen Teilnehmer oder eine Teilnehmerin, die das noch nicht getan hat. Aber anscheinend ist das jetzt auch passiert. Die im Saal anwesenden Abgeordneten bitte ich, sich mit einem Endgerät in die Sitzung einzuwählen und dieses Endgerät ebenfalls stumm zu schalten. Das verhindert die akustische Rückkopplung. Und für Fragen sollen die Tischmikrofone verwendet werden. Das vorab. Wir beschäftigen uns in der heutigen Anhörung mit dem Gesetz der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zum Schutz elektronischer Patientendaten in der Telematikinfrastruktur, sowie den Anträgen der Fraktion der FDP, Prozesse im Gesundheitswesen durch Digitalisierung modernisieren, der Fraktion Die Linke elektronisches Rezept freiwillig und sicher ausgestalten und einen Antrag der Fraktion Die Linke Patienteninteresse voranstellen und gemeinwohlorientierten Gesundheitsdatenschutz einführen und einen Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Patientenorientierung und Patientenbeteiligung in der Digitalisierung im Gesundheitswesen sicherstellen und dezentrale Forschungsdateninfrastruktur aufbauen. Die Bundesregierung hat einen umfassenden Gesetzentwurf zur Digitalisierung des Gesundheitswesens vorgelegt. Sie ist der Auffassung, dass die Digitalisierung auf allen Ebenen der medizinischen und pflegerischen Versorgung für Patientinnen und Patienten sowie für die Leistungserbringer große Chancen eröffnet und vorhandene Ressourcen auf diese Weise noch besser genutzt werden können. Dazu müsse eine umfassende Neustrukturierung der Regelungen zur Telematikinfrastruktur und ihre Anwendungen unter Sicherstellung von Datenschutz und Datensicherheit erfolgen. Die vier Anträge der Oppositionsfraktionen beschäftigen sich ebenfalls mit der Digitalisierung und der Optimierung der verschiedenen Prozesse im Gesundheitswesen. Der Tenor liegt dabei unter anderem auf der Einführung des elektronischen Rezepts, der Einführung des gemeinwohlorientierten Gesundheitsdatenschutzes oder dem Aufbau einer dezentralen Forschungsinfrastruktur. Im Zentrum aller Vorlagen steht die Forderung, dass sich die Digitalisierung in erster Linie an den Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten zu orientieren habe und Datenschutz und Datensicherheit garantiert werden müssen. Bevor wir nun in die Anhörung einsteigen, einige kurze Infos. Wie immer, die Anhörung dauert 90 Minuten und je nach Stärke der Fraktion sind diese 90 Minuten aufgeteilt. Ich bitte die Fragenden und die Sachverständigen, sich möglichst kurz zu fassen, damit wir viele Fragen bearbeiten können. Die Sachverständigen sollten bei der Beantwortung der Frage ihr Mikrofon am Rechner aktivieren und erst dann und sich mit Namen und Verband vorstellen. Des Weiteren bitte ich alle hier im Sitzungssaal anwesend, ihre Mobiltelefone auszuschalten. Das Klingeln kostet wie immer 5 Euro. Ich weise darauf hin, dass die Anhörung zeitversetzt im Parlamentsfernsehen gezeigt wird. Außerdem ist sie in der Mediathek des Deutschen Bundestages abrufbar. Das Wortprotokoll der Anhörung wird auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht. Ich danke allen Sachverständigen, die eine schriftliche Stellung abgegeben haben, sehr herzlich. Und wir können jetzt in die Anhörung einsteigen. Und die erste Frage stellt die CDU-CSU-Fraktion, Karin Mark. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Guten Tag, meine Damen und Herren Sachverständige. Meine erste Frage geht an den Einzelsachverständigen, Herrn Professor Heckmann mit folgendem Inhalt. Im Kontext unseres Patientendatenschutzgesetzes wird ja nun intensiv über den Datenschutz diskutiert. Und die Frage geht dahin, ob die im Gesetzentwurf jeweils zugewiesenen Verantwortlichkeiten für den Datenschutz nach ihrer Meinung lückenlos sind und ordentlich geregelt. Herr Professor Dr. Heckmann. Ja, hier ist Dirk Heckmann. Kurze Frage werde ich verstanden. Ja. Okay. Vielen Dank für die Frage. Ich kann mich relativ kurz fassen, weil ich eine schriftliche Stellungnahme abgegeben habe, wo ich auch auf diese Fragen eingegangen bin. Es geht um den Paragrafen 307 im neuen Gesetz und da sehe ich tatsächlich eine praktisch nückenlose Darstellung der Verantwortlichkeiten, einfach deshalb, weil im Absatz 5 dieses Paragrafen 307 die Gesellschaft für Telematik eine quasi subsidiäre Verantwortlichkeit bekommen hat. Die Telematik kann ja nicht insgesamt verantwortlich sein, weil sie nicht insgesamt über den Mittel und Zwecke der Datenverarbeitung entscheidet. Das heißt, es gilt sehr wohl die Verantwortung der einzelnen Akteure in der Telematikinfrastruktur zu bedenken, also der Leistungsverbringer, der Intermediäre und so weiter. Und so gesehen finde ich es einen auch rechtspolitisch klugen Gedanken, eben hier noch eine subsidiäre Zuständigkeit abzubilden für die Telematik in Verbindung eben mit einer koordinierenden Stelle, die dann über Zweifelsfragen eben auch den Betroffenen Auskunft gehen kann. Das halte ich insgesamt für ein gelungenes Konzept. Insbesondere ist es schlichtweg datenschutzkonform. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Michael Henrich. Ich würde meine Frage auch an den Einzelsachverständigen Professor Heckmann richten. Die Zugriffserteilung durch die Versicherten soll in verschiedenen Umsetzungsstufen geregelt werden. Erst ab der Stufe 2, ab 2022 ist ein feingranulares Berechtigungsmanagement vorgesehen. Wie beurteilen Sie die datenschutzrechtliche Wirksamkeit der Einwilligung in der ersten Umsetzungsstufe unter Berücksichtigung der Aufklärungspflicht durch die Krankenkassen? Herr Professor Dr. Heckmann. Auch hier möchte ich mich zunächst auf mein schriftliches Statement verweisen, weil ich dort in der Tat auch mich klar geäußert habe, dass ich diese Konzeption im Paragrafen 342 für gelungen, richtig und datenschutzkonform halte. Denn, ich meine Selbstverschirmung bedeutet ja nicht, dass ich einen Anspruch hätte auf ein ganz bestimmtes technologisches Konzept, Kommunikationssystem, sondern innerhalb des bestehenden Systems müssen meine Rechte gewahrt sein. Hier wird eine Einwilligung ausdrücklich erhoben. Alles ist freiwillig und ich habe insbesondere die Möglichkeit, eben auch selber zu entscheiden, wie sehr vertraue ich meinem Arzt, ob er beispielsweise, wenn er in diesem Grobkreis anularen Berechnungskonzept doch andere Daten faktisch sehen könnte, inwiefern vertraue ich ihm dahingehend, dass er davon kein Gebrauch hat. Er dürfte es ja nicht einmal auf diese Daten schauen und wenn ich diesen Vertrauen nicht haben sollte und dennoch zu diesem Arzt gehe, kann ich auf konventionelle Weise natürlich auch ein Röntgenbild mit mir führen oder auf ein Fax vertrauen oder ähnliches mehr. Das heißt, wir haben hier eine Situation, in der der Einzelne selber bestimmt die Datenhoheit, die Patientensouveränität ist bei ihm. Er entscheidet in dieser ersten Phase, wie er mit der Situation umgehen will, dass es technisch noch nicht möglich ist, das Ganze feiner zu granulieren. Würden wir das Ganze aufschieben um ein Jahr, dann hätten wir die vielen Vorteile nicht gesetzt, die Digitalisierung bereits 2021 mit sich bringen kann. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Karin Mack. Meine nächste Frage geht an die Einzelsachverständige Frau Prof. Wopen mit folgendem Inhalt. Wie schätzen Sie das Verhältnis zwischen Patientensouveränität und Datenschutz ein, Frau Prof. Wopen? Frau Prof. Dr. Wopen. Christiane Wopen, Einzelsachverständige. Kann man mich gut hören? Ja, wir hören Sie. Sehr gut, danke schön. Der Datenschutz ist ja nicht mit der Patientensouveränität abzuwägen, sondern die Patientensouveränität ist ja ein Mittel, um Daten zu schützen. Denn geschützt werden sollen ja die Personen, über die die Daten etwas aussagen. Und hier gibt es in dem Gesetzentwurf tatsächlich viele Anknüpfungspunkte, die die Selbstbestimmung des Patienten stärken. Denn ich verstehe Patientensouveränität hier als die Möglichkeit, über seine Daten selber zu bestimmen. Ich möchte jetzt aus Zeitgründen nicht auf die vielen Aspekte eingehen, die diese Patientensouveränität tatsächlich stärken. Ich möchte hier vier Elemente benennen, die meines Erachtens noch weiterentwickelt werden können. Auch dazu verweise ich auf meine Stellungnahme. Das ist einmal aus Fragen der Gerechtigkeit tatsächlich die Möglichkeit, dass auch solche Versicherte, die nicht über Endgeräte verfügen, ein feingranulares Zugriffsmanagement haben können, also die Möglichkeit dazu haben können. Das ist zum Weiteren die Möglichkeit, selber zu bestimmen, was mit der elektronischen Patientenakte geschieht, wenn man im Zustand der Einwilligungsunfähigkeit ist. Ich denke also hier an Menschen mit einer fortgeschrittenen Demenz, mit bestimmten schweren geistigen Behinderungen vielleicht. Wo es also in der EPA und auch in den Informationen der Krankenkassen schon Möglichkeiten und Informationen geben muss, über Vertretungsregelungen zu bestimmen. Die scheinen mir in dem Gesetzentwurf nicht ausreichend adressiert zu sein. Was das Forschungsdatenzentrum betrifft, würde ich tatsächlich dafür plädieren, die Selbstbestimmung des Versicherten noch etwas zu stärken. Diese einmalige Einwilligung in die Freigabe der Daten für das Datenschutzzentrum, selbstverständlich verbunden mit Lösch- und Widerrufsrechten etc., ist idealerweise zu ergänzen durch ein, wie ich es genannt habe, Matrix-Modell mit dynamischen und breiten Einwilligungen, wo also das Forschungsdatenzentrum tatsächlich dieses Matrix-Modell für den Versicherten verwaltet und er differenziert einwilligen kann, wo er spezifisch einwilligen möchte und in welchen Fällen er eine breite Einwilligung erteilt, so wie sie jetzt für die Medizin-Informatik-Initiative ja tatsächlich auch schon von der Konferenz der Datenschutzaufsichtsbehörden genehmigt ist. Einen weiteren Aspekt sehe ich in § 345, wo es um die zusätzlichen Inhalte und Anwendungen geht, die die Krankenkassen anbieten können. Hier hat die Datenethikkommission zum Beispiel differenzierte Vorgaben empfohlen für die individualisierte Risikoprofilbildung, an der ja Krankenkassen beispielsweise im Hinblick auf präventive Angebote gerechtfertigterweise interessiert sein könnten. Aber da scheinen mir weitere Vorgaben tatsächlich zum Schutz der Selbstbestimmung des Patienten noch angezeigt zu sein. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Rudolf Henke. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ebenfalls an die Einzelsachverständige Frau Prof. Wuppen. Wenn ich die elektronische Patientenakte mal vergleiche mit dem Aktenordner, den ich mir in den Schrank stelle und dann rausnehme, wenn ich zum Arzt muss, dann ist ja klar, dass ich selbstständig entscheiden kann, welche Daten ich aus dem Ordner rauslasse und welche ich mitnehme und offenbare. Jetzt ist auf der anderen Seite natürlich für die ärztliche Behandlung essentiell, dass man eine möglichst komplette Anamnese hat, die Daten vollständig. Wie würden Sie dieses Spannungsfeld, die Sehnsucht nach der Vollständigkeit und die Patientensouveränität selbst zu entscheiden, was offenbart wird, im Kontext des Gesetzeinfurfs bewerten? Frau Prof. Dr. Wuppen. Damit man außerhalb dieses Raumes, wenn man sich diese Anhörung ansieht, weiß, wer gefragt hat und wer antwortet, müssen wir diese Regularien einhalten. Also das Wort hat Frau Prof. Dr. Wuppen. Vielen Entschuldigung, es ist sehr gut, hier so im Dialog zu sein über diese Videokonferenzen. Ich schätze das ganz so ein wie Sie, Herr Henke, dass es natürlich in der Selbstbestimmung des Patienten liegt, auch im analogen Bereich schon, dass er freigeben kann, was er möchte. Hier jetzt also plötzlich durch die elektronische Verfügbarkeit eine Pflicht zur vollständigen Offenlegung zu etablieren, wäre unangemessen. Gleichwohl muss der Patient darüber oder der Versicherte darüber informiert werden, was das für Folgen hat. Denn es hat ja, wenn er selber Daten löscht, beispielsweise in seiner Akte auch Folgen für seinen eigenen persönlichen Zugang zu den Informationen. Das heißt, er schränkt ein bisschen auch seine Gesundheitskompetenz ein. Das Zweite sind die Folgen, die das für die Forschung hat. Denn das schmälert auch Forschungsergebnisse, wenn Daten nicht vollständig vorliegen. Und das Dritte, das halt jetzt für das Entscheidende, es schränkt die Qualität und oder kann die Qualität und Sicherheit der ärztlichen Versorgung oder auch die Versorgung durch andere Gesundheitsberufe einschränken. Und darauf meine ich, müssten die Krankenkassen in dem entsprechenden Paragrafen tatsächlich auch den Versicherten hinweisen. Ich halte das für eine ausdrückliche Informationspflicht der Kassen auf die Folgen einer unvollständigen Freigabe von oder einem unvollständigen Zugriff auf die Daten, dass sie darüber tatsächlich in Kenntnis gesetzt werden. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Prof. Dr. Claudia Schmidke. Vielen Dank. Die Frage geht an den GKV-Spitzenverband und die Bundesärztekammer. Frau Prof. Wuppen hat darauf hingewiesen, dass Versicherten bewusst sein muss, dass es Folgen für eine qualitativ hochwertige Versorgung haben kann, wenn sie Leistungserbringern Daten aus ihrer elektronischen Patientenakte nicht zur Verfügung stellen. Halten Sie die im Gesetz definierten Informationspflichten der Krankenkassen dahingehend für ausreichend klar formuliert? Frau Dr. Pfeiffer, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Haifa, GKV-Spitzenverband. Es ist ja darauf hingewiesen worden, welches Spannungsfeld das ist. Die Kassen haben ein großes Interesse daran, die elektronische Patientenakte zum Erfolg zu machen. Die soll auch zur Verbesserung der Versorgung eingesetzt werden, also was Versorgungsmanagement angeht, was den Verlust von Daten angeht, während des Behandlungspfades der Versicherten, möglicherweise auch die Verbesserung der Compliance. Und von daher ist es natürlich unter Einhaltung des Datenschutzes auch Aufgabe der Kassen, im Rahmen ihrer Beratungspflichten über die Risiken und die Folgen der Nichtnutzung der EPA oder der Löschung, was eben von Frau Wuppen angesprochen worden ist, zu informieren und für deren Nutzung zu werben. Insofern würden wir uns für eine klarere Befugnis der Krankenkassen für diese Art der Aufklärung im Gesetz aussprechen. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt die Bundesärztekammer. Ja, guten Tag, Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für die Frage, Erik Bodendieck, für die Bundesärztekammer. Herr Bodendieck, wir können Sie nicht verstehen. Jetzt geht es wieder. Jetzt nicht. Im Moment. Geht es? Jetzt geht es. Ja, also, Frau Dr. Pfeiffer hat ja schon darauf hingewiesen, dass sie sich im Gesetz eine klarere Regelung wünscht. Von Seiten der Bundesärztekammer ist natürlich festzustellen, wie Frau Prof. Wuppen auch schon sagte, dass ein wesentlicher Unterschied zwischen der analogen Regelung und der elektronischen Patientenakte natürlich grundsätzlich nicht besteht. Die Frage ist aber, ist die Informationspflicht rein bei den Krankenkassen zu verorten oder ist es am Ende Aufgabe der Ärztinnen und Ärzte, auch nochmal darüber aufzuklären, die Patienten, den Patienten darüber aufzuklären, was notwendig ist, weil wir es so sehen könnten und einschätzen würden, dass, wenn es Externe tun, hier die Krankenkassen, bitte mir nachsehen, dass ich die Krankenkassen als Externe bezeichne, die im Patientenbehandlungsprozess nicht in der Art und Weise zu involvieren sind und involviert sind, dann könnte es aus unserer Sicht durchaus auch zu einer Schädigung des Arzt-Patienten-Verhältnisses führen, weil gegebenenfalls Misstrauen gesehen wird. Also ich glaube schon, dass die Krankenkassen wichtigerweise, da sie verantwortlich sind, über die Informationspflicht darüber aufklären müssen, welche Konsequenzen es haben kann, wenn Patientinnen und Patienten ihrem Löschrecht nachgehen, dass man sehr genau überlegen muss, was man löscht und dass aber auch die Ärztinnen und Ärzte Gespräche mit den Patientinnen und Patienten führen sollten darüber, welche Auswirkungen eventuell ein gelöschter Befund am Ende haben sollte. Zum Thema Forschung und Validität der Daten hatte sich Frau Professor Woken schon geäußert. Ich muss darauf nicht nochmal hinweisen. Übrigenweise sehe ich auf unsere ausführliche Stellungnahme zum Gesamtgesetzstext hin. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Tino Sorge. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an den Einzelsachverständigen, Herrn Professor von Kalle. Sinn und Zweck des Gesetzes ist es ja auch, eine bessere Vernetzung und Nutzung von Daten zu ermöglichen. Und deshalb würde mich interessieren, wie Gesundheitsdaten bei der Behandlung schwer erkrankter Patienten helfen können und wie sie vor dem Hintergrund die geplanten Regelungen im PDSG beurteilen. Herr Professor Doktor von Kalle, Sie haben das Wort. Christoph Kalle, Charité BIH und Sachverständigenrat Gesundheit. Diese Frage halte ich für außerordentlich wichtig. Wir haben bei der jetzigen Pandemie ja gelernt, wie das Fehlen von Gesundheitsdaten negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Patienten haben kann. Es sind letzten Endes in vielen Ländern und nicht zuletzt auch in Deutschland über die fehlende Möglichkeit, Gesundheitsdaten rasch und vollständig zu verarbeiten Patienten zu schade gekommen und wahrscheinlich sogar auch gestorben, mehr als das notwendig wäre. Die Verfügbarkeit von Patientendaten ist absolut wichtig im heutigen Versorgungskontext bei den komplexen Therapien, die wir im Bereich schwere Erkrankungen haben. Und in diesem Zusammenhang bedeutet Patientendatenschutz in erster Linie für mich, dass Patienten ein Anrecht darauf haben, dass ihre Gesundheitsdaten so ausgewertet werden, wie es ihnen dient. Die Diskussion, ob die Daten in unbefugte Hände kommen, ist eine Diskussion der Datensicherheit, die nur ein Aspekt des Datenschutzes ist. Und wir haben, und das sieht man auch in der Gesetzesbeschreibung, natürlich in vielen Kontexten Probleme, dass die Nichtverfügbarkeit von Daten für die Patienten zu Schäden und gesundheitlichen Beeinträchtigungen führt. Insofern begrüßen wir natürlich die Regelungen im Patientendatenschutzgesetz, die ja elektronische Datenverarbeitung möglich machen soll, die Patientensouveränität schaffen soll und die auch Daten für Versorgungsprozesse und die Forschung erschließbar machen soll, außerordentlich. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Tino Sorge. Ich würde das noch mal ein bisschen vertiefen. Und zwar das Forschungsdatenzentrum ist ja bereits angesprochen worden. Da würde mich interessieren, das Forschungsdatenzentrum und die Datenfreigabe, also die freiwillige Datenfreigabe durch Versicherte sollen ja der Gesundheitsforschung künftig neuen Vorschub leisten. Und insofern wäre ich interessiert daran, wie beurteilen Sie im Hinblick auf diesen Anspruch die geplante Ausgestaltung des Forschungsdatenzentrums? Insbesondere, wie schätzen Sie den Mehrwert dieses Forschungsdatenzentrums durch den begrenzten Nutzungs- und Antragsberechtigtenkreis ein? Vielen Dank. Herr Professor von Kalle, Sie haben das Wort. Geht auch an den BVITG. Also die Frage richtet sich an den Einzelsachverständigen Professor von Kalle und den Bundesverband der BVITG, Herrn Sebastian Sieg. Herr Professor Doktor von Kalle, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Ja, es ist sicherlich sehr sinnvoll, dass pseudonymisierte und anonymisierte Patientendaten in einem Forschungsdatenzentrum für Zwecke der Forschung erschlossen werden können. Und es ist darüber hinaus ganz außerordentlich sinnvoll, dass der Patient auch die Möglichkeit hat, zu Forschungszwecken seine Daten auf anderen Wegen freizugeben. Wenn man sich zum Beispiel einmal die Situation überlegt, dass der Patient sich entschließt, an einer klinischen Studie teilzunehmen, die von einem Arzt durchgeführt wird, der jetzt nicht in seinem primären Behandlungskontext steht, dann ist es ganz außerordentlich wichtig, dass der Patient die Möglichkeit hat, die Inhalte seiner Akte für diese Prozesse zur Verfügung zu stellen. Und das wird im Gesetz auch so geregelt. Angesprochen auf das Antragsverfahren für das Forschungsdatenzentrum ist uns aufgefallen, dass es keine Möglichkeit gibt für kommerzielle Unternehmen, Zugang zu anonymisierten oder auch aggregierten Daten zu bekommen. Ich halte das in der jetzigen Situation für eine sehr wesentliche Einschränkung. Wenn ich zum Beispiel aus unserem Arbeitsfeld der Onkologie berichten darf, dann bestehen ja dort die internistischen Therapien zu ganz wesentlichen Anteilen in der Anwendung kommerziell hergestellter und entwickelter pharmazeutischer Produkte. Und wir könnten uns schlechterdings die Therapien, die wir durchführen, ohne solche Produkte nicht vorstellen. Insofern erscheint es mir nicht konsequent und folgerichtig, den Kreis der Antragsteller, die dann wirksame Therapien für Patienten entwickeln sollen, so zu beschränken und bestimmte Forschungsbereiche ganz explizit vom Zugang zumindest zu anonymisierten Daten auszunehmen. Das halte ich für eine sehr wesentliche Diskussion, die noch zu führen ist. Vielen Dank, Herr Zilch. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Sorge, für die Frage. Wir stimmen den Ausschauern von Herrn Prof. Kahn im Grundsatz eben auch zu. Wir sehen es sehr positiv, dass das Thema Datenfrage, aber auch des elektronischen Patientenakte im Gesetz aufgenommen wurde und somit endlich die Daten, die hier in unserem System verfügbar sind, auch sinnvoll eingesetzt werden können. Dennoch sehen auch wir, dass das Potenzial der Regelung ungenutzt bleibt, insbesondere eben unter der Betrachtungsweise, dass Unternehmen von denen also nicht antragsberechtigt sind und davon ausgeschlossen sind. Das ist aus unserer Sicht nicht vorziehbar, insbesondere da ja den Antrag zu stellen, mit den Daten umzugehen, auch noch mal klare Vorgaben unterliegen. Also ein Datenmissbrauch ist ja durch das Gesamtverfahren, die Regelungen, die dann danach getroffen werden, auch ausgeschlossen. Und wir plädieren dafür sehr stark, auch den Zugang für forschende Unternehmen für diese Daten zu ermöglichen. Das ist vor allem nicht nur wichtig, um auch die Versorgung zu verbessern durch die gewonnenen Forschungserkenntnisse, sondern natürlich auch Deutschland als Forschungsstandort und auch als Wirtschaftsstandort zu stärken. Und auch das sind zwei Perspektiven, die wir in der aktuellen Situation erlebt haben, dringend notwendig sind und plädieren daher dafür, auch Unternehmen eine Antragsberechtigung zu ermöglichen. Ich möchte in dem Kontext auch auf die entsprechende Äußerung der E-Health-Verbände-Allianz hinweisen, die das auch noch mal sehr ausführlich erläutert. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war die Antwort des Bundesverbandes Gesundheits-IT. Und die nächste Frage stellt Lothar Rebsam. Meine Frage richtet sich an die ABDA. Durch die Aufgabenzuweisung an die Telematik eine entsprechende barrierefreie App zu entwickeln und zur Verfügung zu stellen, soll die Übermittlung ärztlicher Verschreibungen über mobile Endgeräte zügig vorangetrieben werden. Wie bewerten Sie die vorgesehene Regelung, insbesondere mit Blick auf das Zuweisungs- und Makelverbot sowie den Patientenschutz? Herr Dr. Schmitz. Herr Schmitz für die Appetheken. Ich versuche es mal, ich habe einen starken Halb. Wir haben derzeit eine, wenn es lange die freie Wahl ist, dass sich die Apotheke durch die Versicherheit schützt. Und die Zuweisung von Verschreibungen der Apotheken ersagt. Tut mir leid, ich habe einen starken Rückhalt, aber ich kann es hier nicht ändern. Mit dem elektronischen Rezept wird diese Grundsätze der freien Apothekenwahl und des Markenverbotes oder Zuweisungsverbotes leichter angreifbar. Und es ist zu besorgen, dass hier Einfluss genommen wird auf die Freiweil der Apotheke durch den Versicherten. Wir sehen auch jetzt schon im Markt, dass es Ankündigungen gibt und dringenden Wunsch gibt, Geschäftsmodelle rund um die Einlösung des elektronischen Rezeptes aufbauen zu dürfen. Und die Lage finden wir vor. Das BDSG mit dem jetzigen Entwurf hat darauf reagiert, hat das Marken- und Zuweisungsverbot gestärkt, hat auch Dritte in das Markenverbot einbezogen, was wir sehr begrüßen, als eine dringende und unverzichtbare Regelung. Es bleibt aber eine Lücke bestehen oder ein Durchsetzungsproblem. Wir haben jetzt die rechtlichen Regelungen, die das Marken- und Zuweisung verbieten. Aber wir haben ein Durchsetzungsproblem, weil wir in vielen Fällen erlebt haben, dass die Durchsetzung solcher Verbote und Vorgaben, die rechtlich bestehen, in der Praxis sehr schwierig ist. Und deswegen reagieren wir dafür, neben diese rechtlichen Verbote auch eine klare technische Regel zu setzen, die es der Gematik vorgibt, die vorgesehene Anwendung, die die Gematik bereitstellt, damit der Versicherte auf die Verordnung zugreifen kann und sie einlösen kann, dass diese Anwendung keinen Zugriff und keine Weitergabemöglichkeit an Dritte vorsieht, sodass hier ein beeinflussungsfreier Zugriff und eine beeinflussungsfreie Einlösung der Medikamente, der Rezepte in der Apotheke möglich ist. Wir sind also dringend darum, diese Möglichkeit hier vorzusehen. Wir sehen in der Diskussion um dieses PDSG-Bestellungnahmen Dritter, die sagen, hier würde der Wettbewerb zu sehr beschränkt. Das sehen wir nicht so. Uns geht es darum, den Weg des Rezeptes bis in die Apotheke beeinflussungsfrei zu machen. Ab dem Zeitpunkt nach der Abgabe kann dann selbstverständlich der Wettbewerb um gute Apps, um Unterstützung der Therapiebegleitung in der Arzneimittelversorgung stattfinden, sodass hier auch die zusätzlichen Funktionen, die Apps anbieten können, dann nach der Abgabe in der Apotheke entwickelt und angeboten werden können. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Prof. Dr. Schmidke. Herzlichen Dank. Meine Frage geht an den VOD, an den Verband der Universitätsklinika. Wie bewerten Sie die vorgesehene Möglichkeit für versicherte Daten aus Ihrer elektronischen Patientenakte direkt für Forschungsprojekte zur Verfügung zu stellen? Herr Bussmann, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Prof. Schmidke. Wir begrüßen natürlich die Regelung nach Paragraf 363 Absatz 8, wonach Versicherte unabhängig von Ihrer Entscheidung über eine Datenfreigabe für das Forschungsdatenzentrum ihre EPA-Daten auch auf Grundlage einer informierten Einwilligung für die Forschung freigeben können. Damit können wir wertvolle Daten zeitnah verfügbar machen und der medizinischen Forschung werden natürlich so vielfältige Chancen eröffnet. Auch natürlich dank einer der Möglichkeit einer informierten Einwilligung des Versicherten auch über den Broad Consent, den ja die Medizin-Informatik-Initiative auf den Weg gebracht hat. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war der Verband der Universitätsklinika. Und die nächste Frage stellt Dietrich Mondstadt. Danke sehr, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an den GKV Spitzenverband und die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Durch eine Neuregelung soll es Versicherten ermöglicht werden, den Krankenkassendaten aus der elektronischen Patientenakte zum Zwecke der Nutzung zusätzlicher von Krankenkassen angebotenen Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Wie bewerten Sie diese im Gesetzentwurf enthaltene Regelung? Danke sehr. Vielen Dank. Frau Dr. Pfeiffer, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. GKV Spitzenverband Pfeiffer. Wir sehen das positiv. Es gibt ja hier Regelungen, die sicherstellen, dass etwas freiwillig geschieht, dass die Versicherten das entsprechende Informationsmaterial bekommen müssen, dass es ein Diskriminierungsverbot gibt, dass natürlich Datenschutz und Datensicherheit eingehalten werden müssen. Also die Voraussetzungen oder Rahmenbedingungen sind sehr versichertenfreundlich. Die Kassen unterliegen ja zudem nicht nur der DSGVO, sondern auch dem Sozialdatenschutzrecht. Und wir gehen davon aus, dass hier tatsächlich für die Versicherten ein Nutzen generiert werden kann. Ein echter Mehrwert, insbesondere für chronisch Kranke, könnte das relevant werden, um die Möglichkeit zu haben, zusätzliche Inhalte und Anwendungen anzubieten und deswegen Befürwungen. Frau Dr. Pfeiffer, vielen Dank. Vielleicht können Sie beim nächsten Mal etwas näher ans Mikrofon gehen. Sie waren nicht so sonderlich gut zu verstehen. Danke. Das Wort hat jetzt Herr Doktor Kriedl. Ich hoffe, es ist besser zu verstehen. Thomas Kriedl, Kassenherzene Bundesvereinigung. Zu Ihrer Frage, Herr Mutschat, wir sehen es wesentlich kritischer als Frau Pfeiffer vom GKV Spitzenverband. Wir sehen die Regelung für bedenklich an, weil damit in möglicherweise auch in das Arzt-Patienten-Verhältnis eingegriffen wird. Wir gehen davon aus, dass die medizinischen Daten, die zur Verfügung stehen, nicht vermischt werden sollten mit Daten, die die Krankenkasse zur Verfügung stellt, oder wo sie auch Interesse daran haben kann, Patienten nach gewissen Krankheiten zu selektieren. Wir sprechen uns deshalb deutlich dafür aus, dass diese Regelung so nicht kommt. Und wenn sie im Gesetz bleiben sollte, dann sollte man zumindest eines tun, um den Sachverhalt klar zu regeln, dass man trennt die medizinischen Daten, die Ärzte oder andere medizinische Leistungserbringer in die Daten einstellen, dass sie getrennt werden von dem Bereich, der den Krankenkassen zur Verfügung gestellt wird, wo die Patienten eventuell auch durch Formulierung nicht klar unterscheiden können, welcher Bereich von Daten es sich handelt. Für uns ist es die EPA, die elektronische Patientenakte, ein Bereich, der potenziell aus drei Funktionen besteht. Das eine sind die medizinischen Daten, die Ärzte und andere Mediziner dort einstellen. Dann noch den Bereich, den der Patient selbst einstellen darf, diese Apps oder was auch immer. Und den Bereich, der den Krankenkassen zur Verfügung steht, wo sie auch Daten einstellen kann, zum Beispiel auch ihr Leistungsangebot, das differenziert ist, nach einzelnen Kassen einstellen kann. Und da bitte sollte es keine Vermischung geben. Wir möchten nicht, dass über diese Daten in das Arzt-Patienten-Verhältnis eingegriffen werden kann, wo eventuell auch der Patient dann mit Informationen von der Kasse kommt, die der Arzt auch gar nicht einordnen kann in seinen Behandlungsprozess. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Alexander Kraus. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes. In Ihrer Stellungnahme geben Sie zu bedenken, dass der beschränkte Zugriff auf Daten der elektronischen Patientenakte für Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes nicht Ihrem eigentlichen Aufgabenspektrum entspricht. Können Sie uns Ihre Bedenken noch einmal etwas näher erläutern? Frau Dr. Teichert. Ute Teichert für den Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Sehr gerne erläutere ich unsere Bedenken noch mal. Ich möchte direkt anknüpfen an das, was Herr Professor Kalle eben gesagt hat, dass wir gerade jetzt auch in der Pandemie gemerkt haben, was für Probleme wir haben können, wenn uns Gesundheitsdaten fehlen. Nach den vorgesehenen Regelungen hier ist es so, dass die Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes nur einen beschränkten Zugang auf die Daten haben sollen, nämlich beschränkt auf den Impfausweis und auf die Kinderdaten. Damit würden eine ganz wichtige Stelle wegfallen, nämlich zum Beispiel der Zugriff auf die Labordaten. Das wäre von höchster Relevanz für den öffentlichen Gesundheitsdienst, gerade im Anblick der aktuellen Corona-Pandemie. Darüber hinaus brauchen wir aber auch Zugriff auf andere Daten, wie zum Beispiel Untersuchungsdaten, Röntgenergebnisse. Gerade in der Überwachung der Tuberkulose ist es äußerst wichtig, auch auf solche Daten Zugriff zu haben. Ansonsten muss man die sich alle händisch nehmen lassen. Uns ist es ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass bei der breiten Palette der Aufgaben wir nicht von vornherein von diesen Daten ausgeschlossen werden, so wie es im Moment der Fall ist. Alle anderen Berufe, auch weitere Gesundheitsfachberufe, haben umfassendes Zugriffsrecht. Das Zugriffsrecht ist nur beschränkt für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Und wir möchten dringend darauf hinweisen, dass wir das für einen großen Fehler halten. Vielen Dank. Das Fragerecht geht jetzt über an die SPD-Fraktion und die erste Frage stellt Sabine Dittmar. Danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an das Netzwerk Datenschutzexpertise und an die Verbraucherzentrale. Und es geht hierbei um den Nutzerkreis bezüglich des Paragrafen 363. Der Kreis der antragsberechtigten Nutzer für die freigegebenen Daten aus der EPA ist ja in 303 Absatz 1, beschränkt auf die Nummern 678, 10, 13, 14, 15 und 16 aus gutem Grund. Ist damit die Nutzung aus Ihrer Sicht hinreichend klarbestimmt und zielführend? Und was entgegnen Sie insbesondere den Stimmen, die eine Öffnung für eine industrielle Forschung fordern? Vielen Dank, Herr Dr. Teichert. Entschuldigung, Weichert. Vom Netzwerk Datenschutzexpertise. Ich möchte zunächst mal darauf hinweisen, dass ich nur die Hälfte der Anhörung bisher mitbekommen habe, weil die Bandbreite offensichtlich in Kiel so schlecht ist. Aber ich bedanke mich für die Frage. Es wird in der Frage darauf hingewiesen, dass wir ein großes Problem bei der Regelung zur Forschung haben. Und zwar wird dort nicht nur Forschenden im Engel, wenn sie jetzt der Zugriff auf die Daten nach 363 erteilt, sondern eine Vielzahl von anderen Institutionen, die im Paragraf 303 FE vom SGB V eben vorgesehen sind, die unter Umständen nach den gesetzlichen Regeln auch Zugriff auf Pseudonimedaten nehmen können, die aber gleichzeitig keinen Forschungsprivileg in Anspruch nehmen können, wie es in Artikel 5 Grundgesetz vorgesehen ist. Und das heißt, dass also diese Daten unter Umständen für operative Zwecke genutzt werden, und das ist meines Erachtens verfassungswidrig. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Frau Mauersberg. So, kann ich gehört werden? Ja. Okay, wir sehen das ähnlich, dass das noch alles sehr unklar ist, wie die Bedingungen dann im Bezug auf Transparenz für die Nutzer in Zukunft sind. Es sind ja noch sehr, sehr viele Rechtsverordnungen nicht umgesetzt. Jetzt ist ja zum Glück die zur Datentransparenz da. Und wir sehen eben auch, dass diese Zugangsmöglichkeiten ganz sicher in der Zukunft weiter diskutiert werden müssen. Aber es ist ganz, ganz wichtig natürlich, dass zunächst mal für die Patientinnen und die Versicherten klar ist, was mit ihren Daten geschieht, welche Zugriffsmöglichkeiten sie auf Informationsangebote haben. Und wir finden das auch sehr unglücklich, wenn diese Infrastruktur eigentlich noch gar nicht da ist und man aber auch als Nutzer sich überhaupt noch nicht klar darüber werden kann, was habe ich denn für Möglichkeiten zu sehen, was mit meinen Daten gemacht wird, wenn man dann schon diese Zugriffsrechte definiert. Also wir hätten da auch gerne eine klare Abfolge und würden uns wünschen, dass es ein eigenständiges Gesetzgebungsverfahren zum Thema Forschungsdaten gibt, weil es eben eine ungeheuer große Bedeutung hat, eben für die Patienten natürlich in erster Linie, aber auch für sehr, sehr viele Forschende stellen. Und welche zukünftigen Kooperationen wir dann sehen werden, das ist ja eben auch alles in einer sehr dynamischen Entwicklung. Wir werden ja möglicherweise die Krankenkassen auch sehr viel stärker mit irgendwelchen Industrieunternehmen zusammenarbeiten. Da ist also diese Transparenzdimension ganz ungeheuer wichtig. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Heidenblut. Ja, vielen Dank. Bei der Frage geht an die Einzelsachverständige Frau Prof. Thun und an den Vertreter des Chaos Computer Club. § 336 des Gesetzentwurfs regelt unter anderem den Zugriff auf die elektronische Patientenakte ohne elektronische Gesundheitskarte, ich zitiere, durch ein geeignetes technisches Verfahren, das einen hohen Sicherheitsstandard gewährleistet. Halten Sie diese Vorgaben mit Blick auf den Zugriff auf die EPA via Smartphone etwa für ausreichend? Wie könnte bzw. müsste eine solche Authentifizierung auf hohem Niveau mindestens aussehen? Und sollte dieses Verfahren gesetzlich fixiert werden? Vielen Dank. Frau Prof. Dr. Thun, Sie haben das Wort. Sie sind vom Spitzendenverband für IT-Standards im Gesundheitswesen und von der AWMF-GMDS. Das heißt, das sind die Medizin-Informatiker. Hier gibt es natürlich schon etablierte Verfahren in der Industrie, die auch angewandt werden, wie zum Beispiel OpenID, OAuth oder JSON-Web-Token. Die können durchaus angewendet werden. Ob es hier speziellere Verfahren notwendig sind, sollte im Vorfeld aber durchaus geprüft werden. Und sollten diese Verfahren angewendet werden, die auch in anderen Ländern zur Verfügung stehen und von der Industrie unterstützt werden, sollten die Bürger auf jeden Fall darüber informiert werden, wie hoch der Sicherheitsstandard hier tatsächlich ist. Vielen Dank. Dann hat das Wort jetzt Herr Tschirsich. Dann nehmen wir die nächste Frage. Und wenn Herr Tschirsich sozusagen online ist, werden wir ihm die Möglichkeit geben, zu antworten. Die nächste Frage stellt Frau Völlers. Herr Vorsitzender, herzlichen Dank. Ja, uns die SPD interessiert noch einmal die Einschätzung der Bundespsychotherapeutenkammer. Und daher geht meine Frage an Herrn Dr. Munz. Und zwar, die Bundespsychotherapeutenkammer weist in ihrer Stellungnahme auf die defizitären Zugriffsrechte von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in der IPA bei der Versorgung eben psychisch kranker Menschen hin. Wir bitten Sie, dass Sie es uns noch mal ein bisschen genauer erläutern. Herr Dr. Munz, Sie haben das Wort. Schlage ich vor. Wir nehmen die nächste Frage von Frau Behrens. Aber sollten wir nicht erst prüfen, ob die Technik funktioniert? Herr Munz ist im System drin. Herr Munz ist im System. Vielleicht können Sie schon mal am Anfang sagen, wen Sie fragen wollen. Meine Frage richtet sich an Frau Dr. Fix von der Caritas. Frau Dr. Fix, der Caritas-Bundesverband weist in seiner Stellungnahme zu Paragraf 312 des Gesetzentwurfes darauf hin, dass die Aufzählung der Leistungen von Pflegeeinrichtungen nicht vollständig wäre, die der Nutzung der TI bedürfen. Außerdem weisen Sie auf die Notwendigkeit der Erarbeitung einer Anwendung zur Erbringung häuslicher Krankenpflege hin. Bitte erläutern Sie uns Ihre Überlegungen. Frau Dr. Fix, Sie haben das Wort. Ja, Elisabeth Fix für den Deutschen Caritas-Verband. Ganz herzlichen Dank. Zunächst mal ist positiv zu bewerten, dass die Gematik jetzt im Rahmen ihrer Aufgaben bis zum 30. Juni 2020 die Voraussetzung für die Zugriffsberechtigung der Pflegekräfte zu schaffen hat. Bei den Daten, die dann sozusagen sukzessive ins System kommen können, sehen wir tatsächlich noch zwei Lücken, nämlich einmal die Haushaltshilfen nach Paragraf 38 beziehungsweise 24 H und Soziotherapie. Und außerdem ist, glaube ich, noch ein kleiner Fehler in Paragraf 312, den Sie ansprechen. Da ist nämlich im Palliativ- und Hospizbereich die Beschränkung hier auf die stationären Hospize, die ambulanten Hospizdienste sind außen vor. Das ist also aus unserer Sicht auch noch zu ergänzen. Ja, ein ganz wesentliches Projekt für uns ist die Erschließung der elektronischen Verordnung zur häuslichen Krankenpflege, die ja das Scharnier zwischen sozusagen der ärztlichen und der pflegerischen Versorgung für Patienten und Pflegebedürftige darstellt. Und wir sind sehr froh, dass erstmal sozusagen die ärztlichen Verordnungen hier im Gesetz mit drin sind. Aber es ist nicht ausreichend, den Zugriff der Patienten und auch der Pflegeeinrichtungen 2023 im Übrigen erst zu einem sehr späten Zeitpunkt auf die häusliche Krankenpflegeverordnung zu gewährleisten, sondern aus unserer Sicht muss hier eine digitale Anwendung ins Gesetz rein und die Gematik muss beauftragt werden, damit die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass eine lückenlose digitale Kommunikation einerseits sozusagen zwischen den Patienten und den Leistungserbringern, zwischen den Leistungserbringern und vor allem auch zwischen Leistungserbringern und Kostenträgern hergestellt werden kann. Nur so schaffen wir wirklich eine Entbürokratisierung in der Pflege. Gerade der Prozess der häuslichen Krankenpflege zeigt sozusagen, wie viele Schritte da zu tun sind, insbesondere bis es auch zur Genehmigung der Verordnung der häuslichen Krankenpflege durch den Patienten kommt. Und der Pflegedienst ist hier vielfach eingeschaltet. Wir brauchen also hier dringend sozusagen eine Entbürokratisierung, die sehr wesentlich durch die digitale Kommunikation geschaffen werden kann. Wir werden die Möglichkeit haben, in dem Modellvorhaben nach 125 auch alle möglichen Anwendungen zu erproben und werden darauf dringend auch als Pflegeverbände, dass die häusliche Krankenpflege mit dabei ist, aber ohne Auftrag an die Gematik eine solche digitale Kommunikation zu schaffen, wird im Grunde sozusagen das nicht in die Praxis umgesetzt werden können. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich frage noch mal, ob Herr Dr. Munz zugeschaltet werden kann. Ja, vielleicht, Frau Völlers, können Sie die Frage noch mal wiederholen? Ah, sicher doch. Hallo, Herr Dr. Munz. Ich hoffe, Sie hören mich jetzt. Ist das der Fall? Ist das der Fall? Wenn ich einen Vorschlag machen darf, wir haben das im anderen Ausschuss gehabt, dass alle ihre Bildschirme deaktiviert haben und nur noch auf Audio gegangen sind, außer die Personen, die quasi befragt wurde oder gesprochen wurde, vielleicht wäre das eine Möglichkeit, die Leitung irgendwie zu befreien. Ist eine gute Idee. Herr Dr. Munz, hören Sie uns. Ja, ich habe mich jetzt neu angeschaut. Es scheint es zu funktionieren. Haben Sie die Frage verstanden? Ich hatte die Frage. Ja. Ich habe die Frage verstanden. Ja, zu den Zugriffrechten. Die elektronische Versorgung, insbesondere für die Verbesserungen durch die Telematikinfrastruktur. Wenn Patientinnen und Patienten, auf deren Spinn Möglichkeit haben, die Therapeuten dann auf die entsprechenden relevanten Inhalte der EPA zugreifen können. Das ist im Moment im Gesetz so nicht vorgesehen. Das heißt, hier sollten Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten auf psychotherapeutische und ärztliche Verordnungen und auch den Aufbewahrungsort von Patientenverfügungen und Versorgungsvollmarkten zugreifen können. So kann es zum Beispiel bei einer akuten Dekompensation von Patientinnen und Patienten wichtig sein, dass auch Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten wissen, in welcher Klinik die Patientinnen vorab schon behandelt wurden und wieder behandelt werden möchten. Um dann auch hier die Einweisung veranlassen zu können oder welche therapeutischen Strategien die Patientinnen und Patienten für sich schon als erfolgreich gesehen haben. Wichtig ist uns außerdem, dass auch auf die Verordnungen zugegriffen werden kann. Einerseits verfügen Psychotherapeuten über Befugnis zur Verordnung, beispielsweise Soziotherapie oder häusliche Krankenpflege. Und insbesondere auch von digitalen Gesundheitsanwendungen und sollten dann auch Zugriff auf diese Verordnungen nicht nur der eigenen Berufsgruppe, sondern auch andere Berufsgruppen haben, insbesondere auch auf Verordnungen von Psychopharmaka. Das ist außerordentlich wichtig für die Behandlungsplanung und deshalb eben auch für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten notwendig. Das heißt, wenn die Telematikinfrastruktur für die psychotherapeutische Versorgung einen Nutzen bringen soll, muss sichergestellt sein, dass auch Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten darauf zugreifen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Dittmar. Frau Stamm-Fiebig. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den GKV Spitzenverband, an die Frau Dr. Pfeiffer und an die KBV, an den Dr. Griedl. Frau Dr. Pfeiffer, im Gesetzentwurf soll eine Sondervergütung zur Erstbefüllung der elektronischen Patientenakte in Höhe von einmalig 10 Euro im Jahr 2021 geschaffen werden. Bitte geben Sie uns eine Einschätzung zu den Kostenfolgen, Auswirkungen auf die Selbstverwaltung sowie eine mögliche präjudizierende Wirkung mit Blick auf die sich erst anschließenden Vergütungsverhandlungen. Und wir bitten Herrn Dr. Griedl von der KBV, die Ausführungen gegebenenfalls zu ergänzen. Frau Dr. Pfeiffer. Pfeiffer, GKV Spitzenverband, vielen Dank. Ja, Sie haben es angesprochen, es soll hier eine zusätzliche Vergütung für die Erstbefüllung geben. Der gesamte finanzielle Mehraufwand hängt natürlich davon ab, wie das tatsächlich in Anspruch genommen wird. Die Mehrausgaben können für die GKV beträchtlich sein und könnten einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag erreichen. Zudem haben Sie nach den Regelungskompetenzen der gemeinsamen Selbstverwaltung gefragt. Hier haben wir ja eine Situation, eine solche Vergütung wird nach den Regularien ja bisher im Gewertungsausschuss vereinbart. Deshalb halten wir eine Festsetzung über das Gesetz für nicht sinnvoll. Das ist etwas, was wir ja auch in der bisherigen Zusammenarbeit schon vereinbart hatten bei anderen Anwendungen. Deshalb halten wir überhaupt nichts davon, hier Vergütungsbeträge festzuschreiben. Das hat natürlich präjudizierende Wirkung auch auf die Verhandlungen zur Vergütungshöhe ab 2022. Vielen Dank, Herr Dr. Kriedl. Kurze Zwischenmeldung. Tschürwig ist jetzt auch da vom CCC. Thomas Kriedl, Kassenherzende Bundesverein. Ich hoffe, es klappt. Ich bin seh- und hörbar. Ja, ich möchte gerne die Ausführung ergänzen. Wir sind uns einig mit Frau Falfa, dass wir auch als Part der Selbstverwaltung eine Verhandlungslösung bevorzugen, die es immer noch tun. Die Frage ist natürlich, inwieweit diese Höhe von 10 Euro für die Erstbeführung ausreichend ist. Wir halten es nicht für feststellbar, was im jetzigen Zeitpunkt überhaupt an Aufwand damit verbunden ist. Außerdem ist es problematisch, wenn nur für die Erstbefüllung eine Vergütung gezahlt wird. Man kann nicht wissen, welcher Patient zu welchem Arzt er geht und ob gerade das der Arzt ist, der in der Tat über die Vielzahl oder alle vorhandenen Befunde verfügt. Insofern würden wir uns auch eine andere Lösung vorstellen. Wir stellen uns eine Selbstverwaltungslösung vor mit einem Hinweis im Gesetz, dass sehr wohl diese Tätigkeit verbietet werden muss. Und der Umfang und die Art der Befüllung, ob das ein, zwei, drei oder Ärzte sind, bis alle Vorbefunde eingestellt sind, würden wir auch der Selbstverwaltung überlassen. Vielen Dank. Eine Frage der Herr Zirich vom Chaos Computer Club wäre sprechfähig. Soll er die Frage beantworten? Dann würde ich, wenn das okay ist, darum bitten, dass die Frage, die ich vorhin gestellt habe, vielleicht noch beantwortet wird, soweit Sie sie nicht mitbekommen haben. Ganz kurz. Paragraf 336 des Gesetzentwurfes regelt unter anderem den Zugriff auf die EPA ohne elektronische Gesundheitskarte. Halten Sie dieses Vorgehen mit Blick auf den Zugriff auf die EPA via Smartphone, so wie es geregelt ist, für ausreichend? Und wie könnte bzw. müsste eine solche Authentifizierung auf hohem Niveau mindestens aussehen? Und sollte dieses Verfahren gesetzlich fixiert werden? Herr Zirich, Sie haben das Wort. Danke sehr. Martin Zirich, Selbstverständiger des Chaos Computer Club. Entschuldigen Sie für die technischen Willkern. Die Frage möchte ich wie folgt beantworten. Bislang haben wir technisch lediglich Verfahren auf mittleren Sicherheitsniveau, die den Zugang über ein Smartphone gewährleisten. Hier müssten wir einheitliche Bedingungen schaffen. Das geht auch an das BSI, um hier eventuell einen hohen Sicherheitsstandard, einen technischen hinzubekommen. Da ist weiterer technischer Regelbedarf, aber nicht auf gesetzlicher Ebene. Das Problem ist aber, rein technisch gesamt nicht in den Griff zu bekommen. Es braucht organisatorische Sicherheitsmaßnahmen, um überhaupt die Ausgabe dieser Authentifizierungsmittel korrekt umzusetzen. Denn so wie die EGK aktuell unsicher ausgegeben wird, so betrifft das auch die Alternative für sicherten Identität bzw. alternative Zugangsinstrumente über ein Smartphone. Was wir fordern vom TCC, dass so etwas erst dann umgesetzt werden kann, wenn es zuverlässige Identitätsprüfung und eine zuverlässige und sichere Ausgabe der Authentifizierungsmittel gibt. Ob die nun Smartphone basiert sind oder auf einer Chipkarte. Die Forderung ist jeweils die gleiche und das kann im 336 nicht geregelt werden. Das wird im 336 Absatz 5 auch aktuell nicht korrekt vorgeschlagen vom Gesetzgeber, wie das künftig aussehen soll. Das darf nicht auf dieser Ebene geregelt werden, sondern ist Teil des Sicherheitskonzeptes, das dann auch regelmäßig den aktuellen Sicherheitsanforderungen, die sich regelmäßig auch ändern, angepasst werden kann. Das von unserer Seite dazu. Vielen Dank. Aufgrund der technischen Probleme, denke ich, kann die SPD noch eine Frage stellen, die dann vielleicht kurz beantwortet werden kann. Ja, danke schön. Das würde ich dann machen. Die Frage geht an den GKV-Spitzenverband. Der Gesetzentwurf sieht für Frontend-Nichtnutzer ab 2022 eine Kassenterminal-Infrastruktur vor. Halten Sie das für einen geeigneten Weg? Frau Dr. Pfeiffer. Ja, vielen Dank. Wir halten das für eher problematisch. Es ist zwar nachvollziehbar, dass hier Möglichkeit geschaffen werden soll, auch für Versicherte, die kein Smartphone beispielsweise haben, die Möglichkeit gegeben sein muss. Allerdings sind die jetzigen Regelungen so, dass hier eine sehr teure Lösung installiert werden muss, die vermutlich kaum jemand nutzen. Es gibt sehr hohe Sicherheitsanforderungen an solche Terminals, die nach der gesetzlichen Vorgabe flächendeckend bei den Kassen stehen müssen. Wir gehen davon aus, dass Versicherte, die kein eigenes Gerät haben, eher das Gerät eines Verwandten oder Bekannten nutzen würden, als in eine Geschäftsstelle einer Krankenkasse zu gehen, um dort dieses Terminal zu nutzen. Vielleicht auch eher die Einsichtnahme bei einem Arzt oder einem anderen Leistungserbringer nutzen würden. Das heißt also, wir haben hier sehr hohe Entwicklungsaufwendungen. Es werden Geräte sein, die quasi nur für diese Funktion genutzt werden, die mit sehr hohen Sicherheitsanforderungen ausgestattet sind und deshalb sehr kostenintensiv sein werden und vermutlich kaum genutzt werden. Es kommt hinzu, dass die Frist sehr problematisch ist, bis zu der diese flächendeckende Ausstattung gegeben sein soll. Es muss hier noch eine entsprechende Entwicklung erfolgen. Es muss die Spezifikation bei der Gematik erfolgen. Es muss dann eine Abstimmung mit BSI und BFDI erfolgen. Und erst dann kann tatsächlich die Entwicklung der Lösungen erfolgen. Das heißt also, hier wird dann noch Prüfung und Zulassung sich anschließen. Das heißt also, grundsätzlich halten wir diese Lösung für nicht sinnvoll, weil sie sehr viel Geld kostet und vermutlich kaum genutzt wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Fragerecht geht jetzt über an die AfD-Fraktion und die erste Frage stellt der Spangenberg. Vielen Dank. Die Frage geht an die Bundespsychotherapeutenkammer, an Herrn Dr. Munz. Herr Dr. Munz, ist es richtig, dass die Bundespsychotherapeutenkammer die einzige Spitzenorganisation ist, die nicht in den Aufbau oder ungenügend den Aufbau und die Ausgestaltung in der Regelung der Telematik-Infrastruktur einbezogen worden ist. Und wenn das so ist, bedeutet diese Ungleichbehandlung Ihrer Kammer gegenüber anderen Heilberufekammern auch eine systematische Ungleichbehandlung von Menschen mit psychischen Erkrankungen in diesem Gesetzesentwurf. Herr Dr. Munz. Bundespsychotherapeutenkammer, wie ich vorher ausgeführt habe, sind wir bezüglich der Zutaten auf die elektronische Gesundheitskarte nicht gleichberechtigt. Und das ist auch ein großer Mangel. Ich muss das aber, glaube ich, nochmals ausführen, dass wir da im Vergleich zu den anderen akademischen Heilberufen und Heilberufen tatsächlich benachleidigt sind. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Schlund. Ja, meine Frage geht an den Chaos Computer Club, Herrn Tschirsich. Und zwar, ich möchte einfach noch mal nachfragen. Es ging ja schon mal um die Authentifizierung. Und Sie sagten, dass diese zufälligen Kryptosysteme hier favorisiert werden sollten, um das Risiko besser in den Griff zu bekommen. Meine Frage ist, wie ist zum Beispiel Doxing möglich, also im Prinzip bei diesen zufälligen Systemen und bei den jetzt angegebenen? Und die zweite Frage ist, inwieweit Video-Ident-Verfahren geeignet sind? Und das Dritte, was ich von Ihnen wissen möchte, ist, dass Sie hatten am 19. Mai gefordert, die DSGVO-Bußgeldschriften auch für Krankenkassen gelten sollen. Und das mal zu erläutern, warum Sie das fordern. Denken Sie, dass dort erheblicher Datenmissbrauch betrieben wird? Herr Tschirsich, Sie haben das Wort. Herr Tschirsich, Chaos Computer Club. Danke für die Frage. Die Frage möchte ich in drei Tagen noch einzeln beantworten. Erst die Frage nach dem Doxing. Das Doxing, also die Veröffentlichung von Dokumenten über eine Person, also die deren informationelle Selbstbestimmung angreift, indem ich hier sensible Gesundheitsdaten veröffentlich als Dritter, der eigentlich kein Zugriffsrecht hat. Das ist natürlich eine ganz entscheidende, das ist die Vertraulichkeit der Gesundheitsdaten. Und wir haben uns über die Verfügbarkeit Gedanken gemacht. Das hatten wir in der vorigen Stellungnahme schon gehört. Es ist aber auch die Integrität entscheidend. Also Vertraulichkeit und Integrität, die Daten dürfen nicht durch Dritte verändert werden und dann möglicherweise zu Problemen für die Patientensicherheit führen. Das sind entscheidende Ziele der Informationssicherheit. Und die Gesundheitskarte beziehungsweise die Zugangsschlüssel zu diesem System sind hier der entscheidende Baustein, um das zu gewährleisten. Und wir sehen aktuell, dass wir wie, also die aktuelle Umsetzung dieses Zugangs sieht vor, dass diese Zugangskarte, also aktuell noch die Gesundheitskarte, aber auch die alternative Versicherte und Identität nur noch sozusagen ein Ausweis des Versicherten gegenüber einer zentralen Stelle ist, die dann den Schlüssel bereitstellt, um auf diese Daten zugreifen zu können. Wenn diese Ausweisfunktion, also die Gesundheitskarte oder diese Authentizierungsmittel für die alternative Versichertenidentität in Hände Dritter gelangen, ist damit auch der kryptografische Schutz nicht gebrochen, aber dann nicht mehr wirksam, weil der Schlüssel dann im anderen anderen ist. Also der Schlüssel selber ist recht sicher, aber da ja sozusagen zentral vorgehalten wird, kann jemand anderes in Besitz dieser Authentizierungsmittel diesen Schlüssel entgegennehmen und dann ist die Kryptografie keine Barriere mehr für den Zugriff. Deswegen kommt, und da komme ich jetzt auf das Thema Videoident, der Identifikation des Antragstellers auf so eine Gesundheitskarte oder auf eine alternative Versichertenidentität ein sehr besonders hoher Schutzbedarf zu. Also das muss einem auf einem besonders hohen Vertrauensniveau geschehen. Das Videoidentverfahren wurde dort zu Recht auch vom BFDI schon nicht als nicht geeignet für den langfristigen Zugriff auf Gesundheitsdaten erwähnt. Das ist die Empfehlung des BFDI, nicht auf das Videoidentverfahren zu setzen. Das einfach diese Identprüfung gar nicht ermöglicht auf hohem Sicherheitsniveau, was wir jetzt brauchen, um sowohl die Vertraulichkeit als auch die Integrität dieser Daten dann letztendlich gewähren zu können. Die Frage, warum der Chaos Computer Club eine Einführung der DSGVO-Busgelder auch für die Krankenkassen, die Krankenversicherung anregt, das ist ja nun eine alte Forderung, die jetzt aufgegriffen wird, weil es umso aktueller wird, Krankenkassen sind aktuell oder künftig mit der EPA Herausgeber von Zugangsschlüsseln, die den größten Gesundheitsdatenschutz in Deutschland öffnen. Und in dieser Funktion kommt ihnen eine sehr hohe Verantwortung entgegen. Und es ist dann nicht erklärbar, warum dieser Verantwortung keine entsprechenden Sanktionsinstrumente gegenübergestellt werden, der jede kleine Arztpraxis schon fürchtet, die aber bei einer Kasse aktuell nicht greifen. Und das, obwohl diese zentrale Verarbeitung oder Vorhaltung von Gesundheitsdaten eines so großen Datenschatzes jetzt einmalig aufgebaut werden soll. Daher kommt die Forderung nach Einführung der DSGVO-Busgeldern, beziehungsweise wir streichen diese Ausnahmeregelung, die auch dem Versicherten gegenüber nicht erklärbar ist. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Spangenberg. Herr Pudolai. Danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Netzwerk-Datenschutzexperte Dr. Weichert. Es ist im Entwurf unter dem Paragrafen 363 vorgesehen, dass die Gesundheitsdaten für wissenschaftliche Forschungszwecke oder für statistische Zwecke genutzt werden. Wie bewerten Sie die gesetzliche Beschreibung und Eingrenzung der Forschungszwecke, sowie der Ausweitung auf operative Zwecke, wie beispielsweise der Qualitätssicherung und dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass weder im DVG noch sonst an einer anderen Stelle sichergestellt wird, dass die von den Rechtsprechung definierten Anforderungen an Forschungsprojekte eingehalten werden. Herr Dr. Weichert. Ja, ich habe die Frage ganz schlecht verstanden, weil wahrscheinlich der Sprecher zu sehr am Mikrofon war. Aber ich versuche mal zu beantworten. Sie ging nach meinem Verständnis in der gleichen Richtung wie die SPD-Frage, nämlich wie es gerechtfertigt werden kann, dass die EPA-Daten jetzt für statistische Zwecke, für operative Zwecke auch genutzt werden können. Solange diese Daten ausschließlich anonymisiert an diese Stellen herausgegeben werden, ist das kein Problem. Das Problem aber besteht darin, dass die Daten beim Forschungsdatenzentrum in pseudonymisierter und damit auch leicht reidentifizierbarer Form gespeichert sind und es ausschließlich in der Entscheidung des Forschungsdatenzentrums liegt, und zwar eines einzelnen Sachbearbeiters, ob die Daten herausgegeben werden oder nicht herausgegeben werden, auch dann für solche Zwecke, die sie genannt haben. Und das hat dann zur Folge, dass im Prinzip es ja auch nicht mehr kontrollierbar ist, wie diese Daten eben dann herausgegeben werden, wie sie genutzt werden. Es findet keine Kontrolle statt. Die Dokumentation kann nur begrenzt kontrolliert werden durch die Datenschutzbeauftragten, da sie im Prinzip keine dauernde Kontrolle durchführen, sondern nur auf eine Beschwerde hin. Beschwerden kann es aber keine geben, weil die Betroffenen keine Ahnung davon haben, was mit ihren Daten passiert. Also insofern sehe ich da ein riesiges Problem, dass aber weniger jetzt nur in dieser Regelung in 263 SGB V liegt, des Entwurfs, sondern das schon angelegt im digitale Versorgungsgesetz, wo eben in den 303 Folgen A folgende geregelt ist, wie das Datenforschungszentrum auch mit den Verschreibungsdaten und den Abrechnungsdaten nach SGB V umzugehen hat. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Spangenberg. Meine Frage geht an die Verbrauerzentrale Bundesverband, an Frau Mauersberg. Seit dem 1. Januar 2022 soll es ja nur noch elektronische Verordnungen für Arzneimittel geben, also die elektronische Rezeptpflicht. Im Referentenentwurf sollte die Papierversion des Rezeps noch parallel weiter bestehen. Das wurde dann herausgenommen. Jetzt die Frage, wie sehen Sie hier die schwächigen Risiken in der Praxis? Fallen die ältere Menschen, die keine elektronischen Geräte benutzen? Wie stehen die da? Ist das nicht Benachteiligung? Und wie könnte man dieses Problem lösen? Vielen Dank. Frau Mauersberg. Ja, vielen Dank für die Frage. Beim elektronischen Rezept, denke ich, ist jetzt auch gerade wieder die Transparenz sehr schlecht. Ich habe jetzt der Unterrichtung der Bundesregierung auf die Stellungnahme des Bundestages entnommen, dass es ja vorgesehen ist, dass die Bundesmantelvertragspartner sich darüber verständigen, wie jetzt mit diesem Token umgegangen wird. Und dass es natürlich auch die Möglichkeit gibt, wenn der Patient einen Papierausdruck von dem Rezept-Token haben will, dass man dann ihm außerdem die Informationen gibt, welcher Wirkstoff verordnet worden ist, welches Medikament. Das ist im Moment in der Öffentlichkeit alles nicht wirklich durchsichtig, wie das mit dem E-Rezept gehen soll. Also wir finden grundsätzlich natürlich nicht ganz optimal, dass jetzt wieder über ganz viele organisatorische Fragen diskutiert wird und die Fragen, die eigentlich die Bürger interessieren, wie komme ich denn irgendwie an eine gescheite Lösung, nicht fünf Apps auf meinem Smartphone haben zu müssen, sondern irgendwie eine durchgängige One-Shop-Lösung. Das ist im Moment alles auch nicht gut nachvollziehbar. Aber es ist wohl vorgesehen, dass die Bundesmantelvertragspartner das regeln können. Und deswegen wollen wir natürlich jetzt auch gerne dann auffordern, dass die Bundesmantelvertragspartner das bitte genau so machen mögen, dass das das Token-Teil da vom E-Rezept, dass das auch Informationen enthält, wie gegenwärtig das papiergebundene Rezept damit versicherte, die gleiche Informationslage haben wie gegenwärtig. Vielen Dank. Wir haben noch eine halbe Minute. Kurze Frage, kurze Antwort, Herr Dr. Schlund. Ja, ganz kurz. Die Frage ging auch schon mal an die KBV. Ich würde die gerne noch mal in die Bundesärztekammer stellen. Es geht um die Erstbefüllung der elektronischen Patientenakte. Und wie kritisch sehen Sie, dass die nur einmal abgerechnet werden kann, auch hinsichtlich der Führung dieser Akte, dass die dann eben einfach nicht genau ist, weil die Ärzte es nicht abgerechnet bekommen? Herr Bodendieck. Ja, Herr Bodendieck für die Bundesärztekammer. Ich versuche, mich noch mal kurz zu halten. Ich halte die einmalige Gebühr, oder wir halten die einmalige Gebühr für nicht zielführend, insbesondere unter dem Hinblick, dass die Patientenakte nach Möglichkeit auch keine Dropbox sein soll, sondern ich hoffe, ich bin verständlich. Ich rede doch lieber langsamer. Also, dass die elektronische Patientenakte keine Dropbox sein soll, wo ich einmal einfach etwas einstelle, um einfach die 10 Euro abzurechnen, sondern wir halten eine andere Variante eher für zielführend, die tatsächlich die Möglichkeit einer entsprechenden, sagen wir mal, langfristigen Befüllung honoriert. Und damit am Ende eher Anlass dazu gibt, dass die Kolleginnen und Kollegen auch eine Patientenakte aufbauen, die gegebenenfalls mit einer Deckseite, einem Patientenpass oder Ähnliches, die Notfalldatensätze machen, sich da ganz hervorragend versehen werden, um dann tatsächlich die Patientenakte entsprechend nutzen zu können, nicht wie in anderen Bereichen eine Art Altitude zu haben, wo dann alles hineingestopft ist und der weiterverarbeitende Arzt oder wer auch immer, dass ich das dann erst zusammensuchen muss. Herr Bodendick, vielen Dank. Das Fragerecht geht jetzt über an die FDP-Fraktion. Frau Aschenberg-Dugnus. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage richtet sich an den Einzelsachverständigen, Herrn Professor Schröder und er betrifft das Patientendatenschutzgesetz. Herr Professor Schröder, wie bewerten Sie, dass Versicherte erst ein Jahr nach Einführung der EPA, also 2022, die Möglichkeit erhalten sollen, Leistungserbringern den Zugriff auf einzelne Dokumente in der EPA zu gewähren beziehungsweise zu entziehen. Also Stichwort feingranulare Zugriff und in einem zweiten Teil vielleicht, es wurde vorhin gesagt, dieser feingranulare Zugriff sei technisch nicht möglich. Vielleicht könnten Sie das in einem zweiten Teil beantworten. Vielen Dank. Herr Professor Dr. Schröder. Dominik Schröder von der Friedrich-Alexander-Universität. Vielen Dank für die Frage. Können Sie mich verstehen? Ja. Wunderbar. Ja, ich denke, auf die Frage muss ich oder möchte ich gerne in drei Teilaspekten eingehen. Prinzipiell befürworte ich die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Ich denke, das ist ein sehr großer Mehrwert. Hingegen sehe ich diese schrittweise Einführung der Zugriffsrechte und insbesondere dieses alles geht oder alles geht nicht in der ersten Phase als sehr problematisch an. Sie hätten das schon angesprochen. Es gibt die Frage der technischen Realisierbarkeit. Es gibt rechtliche Aspekte und es gibt auch so Fragen, die die langfristigen Implikationen betreffen. Zur technischen Realisierbarkeit bin ich verwundert, dass ich so etwas höre, ehrlich gesagt, weil Zugriffsrechte machen wir im Bereich der Linux-Systeme schon, ich weiß gar nicht, seit Jahrzehnten. In Datenbanken ist das teilweise fest integriert. Und bei der Firma Vivi haben wir auch moderne Ansätze gesehen, wie man sowas auch realisieren kann. Dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich so schwierig sein soll. Außerdem muss ich mir eher sorgen, wenn man im Nachhinein diese Systeme dann hinzufügt. Das ist so eine typische Fehlerquelle, wo unglaublich viel schiefgehen kann. Dann können natürlich sensible Daten geleakt werden. Und das würde natürlich zu weiteren Kosten führen. Also dementsprechend klagiere ich dafür, dass man das im einen Schritt ordentlich machen soll und nicht so ein schrittweises Hingefrickel. Die rechtlichen Aspekte, da frage ich mich natürlich als Kryptograph, wie das eigentlich mit der informationellen Selbstbestimmung zu vereinbaren ist. Natürlich wurde vorher von einem Vorredner gesagt, dass innerhalb dieses Rahmens rechtlich okay sein könnte. Allerdings frage ich mich einfach, wenn ich zu einem Arzt gehe, sagen wir mal zu einem Kiefernorthopäden und ich möchte ihm meine Zahndaten freigeben, jetzt gebe ich ihm aber parallel auch noch meine Behandlung, meine psychologischen Probleme frei. Das wollte ich an dieser Stelle überhaupt nicht. Darum verstehe ich an der Stelle nicht, wie das mit der Selbstbestimmung vereinbar ist. Ein weiteres Problem, das ich hier auch sehe, sind so Themen, die in Richtung Erbkrankheiten gehen. Also wenn ich jetzt plötzlich Informationen über eine Erbkrankheit, die ich habe, offenlege, dann heißt das auch, dass ich Informationen über meine Kinder gegebenenfalls und auch die über meine Eltern preisgegeben habe. Und die wurden vorher überhaupt nicht gefragt, ob sie damit einverstanden sind, dass diese Informationen preisgegeben werden. Gleiches Problem sehe ich übrigens auch in § 345, wo die Daten dann in Krankenkassen zur Verfügung gestellt werden. Es ist vollkommen unklar, auf welche Daten dazugegriffen wird. Und wir haben nach wie vor das gleiche Problem mit den Erbkrankheiten. Das bringt mich zum letzten Punkt, langfristige Implikationen. Wir haben es hier mit medizinischen Daten und mit Menschen zu tun. Und das heißt auch einfach, dass wir, wie bei den Erbkrankheiten bereits genannt, dass wir Dinge tun, die auch andere Generationen betreffen. Diese Dinge sind nicht reparierbar, wenn sie einmal draußen sind. Das ist nicht wie bei einer Straße, wo man merkt, das funktioniert einfach nicht, wir bauen eine neue. Nein, wir geben Daten raus und die sind dann ein für alle Mal verwertbar. Dementsprechend sehe ich diese schrittweise Einführung als sehr kritisch an. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Aschenberg-Dugnus. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine zweite Frage richtet sich ebenfalls an den Einzelsachverständigen, Herrn Prof. Schröder und betrifft unseren eigenen Antrag. Darin fordern wir, ein bundesweites Netzwerk aufzubauen, mit dem hochwertige wissenschaftliche Erkenntnisse der evidenzbasierten Medizin für alle Leistungserbringer zugänglich gemacht werden. Gleichzeitig muss ein digitaler Anlaufpunkt zur medizinischen Informationsversorgung geschaffen werden. Dort sollen auch Patientinnen und Patienten wissenschaftlich generierte oder gesicherte Informationen erhalten. Halten Sie diese Forderung für notwendig? Und wenn ja, wie kann man da den Datenschutz ausreichend berücksichtigen? Vielen Dank. Herr Prof. Dr. Schröder. Vielen Dank für die Frage. Dominik Schröder von der Friedrich-Alexander-Universität. Zunächst einmal, die evidenzbasierte Medizin benötigt ja Daten. Und je mehr Daten man zur Verfügung hat, umso genauer werden die Ergebnisse und so niedriger fällt der Fehler aus. Dementsprechend denke ich, ist das ein sehr wichtiger Punkt, den man auch vorantreiben sollte. Ihre Frage hat mehrere Aspekte umfasst. Das war der eine. Der zweite war der digitale Anlaufpunkt zur medizinischen Informationsverarbeitung, sowie die Anlaufstelle für Patienten und Patientinnen und natürlich die Aspekte des Datenschutzes und der Datensicherheit. Also im Prinzip, wie gesagt, befürworte ich das. Ich denke, die Verknüpfung kann einen großen Mehrwert bringen, den wir auch vorantreiben sollten. Teilweise ist das heute aber sehr schwierig zu realisieren, bis hin zu unmöglich. Wir hatten beispielsweise ein Projekt mit dem Uniklinikum Heidelberg, wo wir auf verschlüsselten genetischen Daten Berechnungen ausgeführt haben. Und es war unglaublich schwierig, dass wir als Universitätszugriff auf diese Daten bekommen haben. Dementsprechend eine Regelung, die das anständig macht, ist sehr erstrebenswert. Der zweite Punkt, die Anlaufstelle für Patientinnen zum Erhalt von wissenschaftlich gesicherten Daten, halte ich für sehr wichtig. Das sehen wir auch in der Corona-Pandemie, dass völlig unfundierte Informationen einfach rausgegeben werden. An dieser Stelle, das ist aber auch ein Ergebnis aus dieser Zusammenarbeit mit dem Uniklinikum Heidelberg, muss man sich genau überlegen, wie so eine Anlaufstelle aussieht. Hier ist es aus meiner Sicht unglaublich wichtig, dass die Patienten natürlich aufgeklärt werden und nicht einfach eine Push-Notification bekommen und sagen, übrigens, vielleicht hast du Krebs. Sprich, man müsste eine Anlaufstelle machen, die die Patienten auch richtig informiert. Datenschutz und Datensicherheit, das ist natürlich wieder mein Gebiet, super spannend. Es gibt keine spannenderen Daten als medizinische Daten. Was müsste man tun? Ich denke, der erste Aspekt ist ganz wichtig, Daten niemals im Klartext rauszugeben, was ja leider teilweise jetzt auch im Gesetz so vorgesehen ist. Das Problem hierbei ist einfach, dass nicht klar ist, was wirklich auf diesen Daten getan wird. Dementsprechend denke ich, dass wir eine sichere Enklave bauen sollten, in der Berechnungen durchgeführt werden und der über die quasi ein unabhängiges Gremium wacht und sagt, diese Dinge sind machbar und diese Dinge sind eben nicht machbar. Die Berechnungsergebnisse dürfen zu keinem Zeitpunkt Rückschlüsse auf einzelne Personen erlauben. Diese Ideen der Anonymisierung und Pseudonymisierung, insbesondere medizinischen Bereich, halte ich für extrem kritisch. Es ist sehr leicht, das haben wir in anderen Bereichen gesehen, Patienten oder Personen zu de-anonymisieren. Ich denke, hier müsste man mal mit Experten reden, beispielsweise kennen wir aus der Kryptografie Techniken der Differential Privacy, die sagen im Wesentlichen das aus, dass wir die Daten, die wir haben, minimal verrauschen, sodass sie wissenschaftlich nach wie vor verwertbar sind und gute Ergebnisse liefern, aber dass es keinen Rückschluss auf Individuen gibt. Und diese Techniken haben wir in der Kryptografie und sollten auch eingesetzt werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage kommt wieder von Frau Aschenberg-Dugnus. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine nächste Frage richtet sich an die Bundeszahnärztekammer, an Herrn Professor Österreich. Herr Professor Österreich, was halten Sie, also die Bundeszahnärztekammer, von der jetzigen Verteilung der datenschutzrechtlichen Verantwortung innerhalb der Telematik-Infrastruktur? Vielen Dank. Herr Professor Doktor Österreich, Sie haben das Wort für knapp zwei Minuten. Gut, ich gebe mir, Herr Vorsitzender. Ich hoffe, man hört mich. Die Zahnärztekammer können natürlich für die datenschutzrechtlichen Dinge nur verantwortlich sein in ihrer Praxis, was sie auch selbst beeinflussen können. Diese Auffassung entspricht ja auf dem Verantwortungsbegriff der Datenschutzgrundverordnung. Es ist und war, das hat die Forderung der Bundeszahnärztekammer gewiesen, die datenschutzrechtliche Verantwortung der Zahnärzte und Zahnärzte als Leistungserbringer im Gesundheitszesen vor dem Konnektor enden zu lassen. Wir begrüßen es, dass sich der Gesetzgeber dieser Forderung in weiten Teilen genähert hat. Waren die Verantwortungsbereiche im Referentenanwurf nicht hinreichend bestimmt Erfolg genommen eine Konkretisierung dahingehend, dass der Umfang der Verantwortlichkeit der Leistungserbringer von der Mitentscheidung der Verantwortlichen über die Mittel der Datenverarbeitung abhängig gemacht wird und im Satz 2 der Normen klargestellt wird, dass diese lediglich für die ordnungsgemäße Inbetriebnahme, Wartung und Verwendung der Komponenten gilt. Genauso wird anerkannt, dass der Gesetzgeber eine klare Aussage dazu trifft, dass in Praxen weniger als 20 der Mitarbeiter, die mit der Datenverarbeitung beschäftigt sind, nach den Einzelfallumständen regelmäßig keine Datenschutzfolgeabschätzung durchzuführen ist und damit kein Datenschutzbeauftragter zu benennen ist. Begrüßenswert ist auch, dass die vorliegende Konzeption des Entwurfs die Verantwortlichkeit der Leistungserbringer weder für die zentrale TI noch für die Anwenderinfrastruktur und die diesbezüglichen Dienste besteht. Auch die Aufnahme der Gematik in den Kreis der datenschutzrechtlich verantwortlich ist somit konsequent. Konsequent. Nach Auffassung der Bundeszahnärzte kann man tragen diese Änderungen durch den Gesetzgeber doch deutlich zur Akzeptanz der Telematik-Infrastruktur in den zahnärztlichen Leistungserbringern bei. Gleichwohl sollte in der Gesetzungsbegründung zu § 307 Absatz 1 Satz 2 SGB V noch zur Vermeidung von Fehlinterpretationen klargestellt werden, dass sich die Verantwortlichkeit der Leistungserbringer eben nur und nicht wie derzeit formuliert, schwerpunktmäßig auf die Sicherstellung der bestimmungsgemäßen Nutzung der Komponenten, die einen ordnungsgemäßen Abschluss und die Durchführung der erforderlichen fortlaufenden Updates erstreckt. Ansonsten sieht die Bundeszahnärztekammer die Gefahr, dass die Entwurfsbegründung in § 307 konterkariert wird. Ebenso setzt sich die Bundeszahnärztekammer dafür ein, den Leistungserbringern keine verpflichtende technische und organisatorische Maßnahmen aufzuerlegen, die über die datenschutzrechtlichen Regelungen hinausgehen. Deswegen lehnt die Bundeszahnärztekammer die mit dem Entwurf einhergehende Ausweitung der Doppelung von zwei, drei Jahren ab. Danke. Herr Prof. Dr. Österreich, vielen Dank. Das waren keine zwei Minuten. Deshalb geht das Fragerecht jetzt über an die Fraktion Die Linke. Und die erste Frage stellt Herr Dr. Kessler. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an Herrn Tschirsich vom Chaos Computer Club. Herr Tschirsich, Sie kritisieren in Ihrer Stellungnahme, dass das Patientendatenschutzgesetz jetzt trotz der massiven öffentlichen Kritik weiterhin gravierende Sicherheitsmängel im Hinblick auf die Vergabe von Zugangsberechtigung zur Telematikinfrastruktur beinhaltet. Wir fordern in unserem Antrag zum Gesundheitsdatenschutz eine sichere Identifizierung und Authentifizierung für den Zugang zur Telematikinfrastruktur. Wir fordern stärkere Vorgaben für die nicht technische Umgebung der Telematikinfrastruktur und eine Stärkung des institutionellen Gesundheitsdatenschutzes. Können Sie bitte kurz unsere Vorschläge zur Lösung bewerten? Herr Tschirsich, Sie haben das Wort. Ich bin Martin Tschirich, Sachverständiger des Chaos Computer Club und vielen Dank für diese wirklich entscheidende Frage für das Bedingen des Gesetzesvorhabens. Die sichere Identifizierung und die Authentifizierung des Antragstellers für eine solche Gesundheitskarte beziehungsweise Zugangsschlüssel zur Telematikinfrastruktur ist unverhandelbar. Der 336 Absatz 5 ist leider ein misslungener Versuch, muss man sagen. Die bestehende nicht gesetzeskonforme und auf dem letzten Chaos Communication Kongress auch demonstriert, unsüchere Kartenausgabepraxis nachträglich zu legitimieren. Die Auslieferung von Zugangsmitteln, Zugangsinstrumenten in die Telematikinfrastruktur per einfacher Briefpost an Haushaltsbriefkasten, an eine bekannte Meldeadresse, erfüllt die Anforderungen an, dass diese Mittel nur in den Besitz der betroffenen Person gelangen, nicht. Und das ist übrigens eine bekannte Forderung, beziehungsweise ein bekanntes Phänomen, dass eine solche Auslieferung, wie sie im 336 gefordert wird, kein Identifizierungs- und auch kein sicheres Authentifizierungsmittel beziehungsweise Übergabemedium für ein Authentifizierungsmittel sind. Das hat damals schon Bitkom beispielsweise in der Stellungnahme zum Online-Zugangsgesetz angemerkt, als es um Essence-Zertifikate geht, die ja ebenfalls auch nur an eine Haushaltsbriefkasten zugestellt werden und dementsprechend auch ganz berechtigt nicht den Zugriff auf beispielsweise vorausgefüllte Steuererklärungen erlauben. Und da muss man sich fragen, warum man mit solch einem Instrument jetzt den Zugriff auf lebenslang gespeicherte Gesundheitsdaten ermöglichen möchte. Das ist dann nämlich nur ein niedriges Sicherheitsniveau und das ist für eine lebenslange Akte für alle Krankheits- und Gesundheitsdaten, der für sich hat nicht angemessen. Dann haben wir natürlich auch zu dem Thema der, also nicht nur der Autentisierung oder der Interdefizierung, sondern den ursächlichen Ursachen für diese Verfehlungen oder diese Mängel festgestellt, dass es hier auf Seiten der GKV Versäumnisse gibt, die schon viele Jahre zurückbleichen, die auch die Nicht-Umsetzung von Empfehlungen des BFDI betreffen. Kassen sind zur gesetzlichen Einhaltung des Sozialgeheimnisses verpflichtet und diese Verpflichtung wird leider hier als zentraler Herausgeber dieser Zugangskarte nicht eingehalten und daher fordern wir auch, dass es hier für Pflichtverletzungen entsprechende, dass die entsprechende Konsequenzen haben müssen und gehen damit auch auf den Antrag der Fraktion Die Linke entsprechend ein, dass hier eine volle Haftbarkeit gegeben sein muss. Ansonsten ist eine solche verantwortungsvolle Position und dieses Tragen der Verantwortung auch nicht vermittelbar. Betroffene sind bei der Durchsetzung von entsprechenden Ansprüchen auch zu unterstützen. Also wenn ein Versicherter die Daten dort einspeist, muss er die Gewissheit haben, dass wenn es zu einem Datenmangel einer Datenpanne kommt, dass er entsprechende Unterstützung findet. Zudem ist auch die nicht technische Umgebung der TI zu stärken. Wir haben gesehen, dass all die auf dem letzten Chaos-Communication-Kongress auch bezeigten Mängel nicht technischer, das heißt organisatorischer Natur waren. Den Versicherten ist es gleich bzw. irrelevant, ob nun Daten offenbart werden, seine Gesundheitsdaten offenbart werden oder manipuliert werden aufgrund eines technischen oder eines nicht technischen Mangels. Von daher ist, was die nicht technische Umgebung angeht, also die Handhabung beispielsweise von Zugangsinstrumenten, die Leistungserbringerumgebung, die Umgebung des Versicherten, hier ist aufzuklären und Betroffene sind dort zu unterstützen, auch Leistungserbringer sind dort zu unterstützen, dass es dort zu keinen technischen Mängeln kommt. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Weinberg. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die Frage geht an die ABDA, Dr. Schmitz, zum Thema E-Rezept auch noch mal. Wie bewerten Sie die Forderungen aus unserem Antrag, elektronisches Rezept freiwillig und sicher ausgestalten, im Vergleich zu den Regelungen, die die Vorlage der Bundesregierung bezüglich Zuweisung und Makelverbot beim E-Rezept vorsieht? Herr Dr. Schmitz. Herr Schmitz, wir teilen die Einschätzung. Das hatte ich vorhin schon erklärt, dass durch die Einführung des elektronischen Rezeptes die Beeinflussungsmöglichkeiten gegenüber den Patienten erleichtert werden und dass auch es leichter wird, auf Plattformen zum Beispiel gegen Entgelt Rezepte entgegenzunehmen und bestimmten Apotheken zuzuweisen. Da ist es ja, wie gesagt, im ersten Schritt richtig, dass das PDSG jetzt das Makelverbot vorsieht und ausweitet auf Dritte. Es fehlen aus unserer Sicht, auch das hatte ich gerade schon ausgeführt, noch die Schritte, um dieses Makelverbot auch technisch abzusichern, was aus unserer Sicht sehr leicht möglich ist und gegen das auch eigentlich überhaupt nicht spricht, wenn man diesen unbeeinflussten Weg von der Apotheke, von Arzt bis zur Apotheke einrichten möchte. Wir stimmen Ihnen auch zu, in der Idee und der Forderung, das Makelverbot dadurch zu unterstützen, dass man in einer frühen Phase schon die Werbung für diese Makelverbote verbietet, weil es in der Praxis sehr schwer sein wird, konkrete Einzelverstöße nachzuweisen, die Absprachen nachzuweisen, die stattgefunden haben, sodass der einfache und starke Weg Weg zur Vermeidung von Rechtsverletzungen gleich das Verbieten der Werbung für diese Makelangebote sein könnte und sollte. Dazu hatten wir in unserer schriftlichen Stellungnahme auch einen Vorschlag gemacht, den ich es hier auf Zeitgründe nicht wiederhole. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Dr. Kessler. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte gerne Herrn Dr. Weichert vom Netzwerk Datenschutzexpertise eine Frage stellen. Wir fordern in unserem Antrag zum Gesundheitsdatenschutz. Die Gefährdungshaftung, eine Gefährdungshaftung statt der bislang geltenden Delikthaftung für alle Anwendungen der Telematik-Infrastruktur durch die gesetzliche Krankenversicherung. Wie bewerten Sie diesen Vorschlag? Herr Dr. Weichert. Herr Weichert vom Netzwerk Datenschutzexpertise. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich jetzt beschränkt nur jetzt auf diese Regelung im SGB V weiterbringt. Meines Erachtens ist der Artikel 82 Datenschutz-Grundverordnung schon so geregelt, dass also jetzt hier kein Verschuldensnachweis notwendig ist, um in Haftung zu kommen. Voraussetzung ist eine rechtswidrige Datenverarbeitung. Rechtswidrige Datenverarbeitung ist etwas, was aber dann im konkreten Fall nachgewiesen werden muss. Das ist für den Betroffenen sehr, sehr schwierig. Deswegen plädieren wir schon seit Jahren dafür, dass nicht nur die einzelnen Personen bei irgendwelchen Schäden Klage befugt sind, sondern dass auch Verbände, insbesondere Verbraucherverbände, klagen können sollen. Und zwar nicht nur bei allgemeinen Datenschutzverstößen, sondern auch bei individuellen Datenschutzverstößen sozusagen in Vertretung des jeweils Betroffenen, also anstelle oder in Erweiterung des Musterfeststellungsklagegesetzes. Grundsätzlich ist es aber natürlich richtig, dass eine Gefährdungshaftung oder eine Umdrehung der Beweispflicht unbedingt notwendig ist. Insofern, als der Betroffene im Prinzip die Prozesse, die dann zu einem Schaden führen, nicht ansatzweise nachweisen kann. Und der Verantwortliche... Herr Dr. Weichert, ich glaube, Sie müssen die letzten zwei, drei Sätze noch mal wiederholen. Nachgewiesen wird, also die Verursachung durch die rechtswidrige Datenverarbeitung, dass also der konkrete Schaden... Vielen Dank. Wir sind auch am Ende der Fragezeit... Also wenn Sie sich noch durchsetzen können, würde ich Ihnen noch 30 Sekunden geben. Wir können Sie leider nicht mehr verstehen, Herr Dr. Weichelt. Dann Ich gebe das Fragerecht jetzt an die Fraktion Bündnis 90 Grüne. Und die erste Frage stellt Frau Kleinschmeig. Meine erste Frage geht an die BAG Selbsthilfe. Herr Danner, wie kann aus Ihrer Sicht der Nutzen für Patientinnen und Patienten von digitalen Anwendungen sichergestellt werden oder erhöht werden? Und wie, an welchen Stellen sollte eine rechtzeitige und umfassende Einbindung von Patientinnen und Patienten erfolgen? Herr Dr. Danner. Ja, Dana Berge Selbsthilfe. Die Potenziale der Digitalisierung können nur dann voll genutzt werden, wenn die Patientensicht schon bei der Konzeption und der Ausgestaltung von digitalen Anwendungen von einem Beginn an voll mit eingebunden wird. Gerade die Digitalisierung muss jeweils immer mit Patientenbeteiligung auch unterlegt werden, um sicherzustellen, dass die Daten tatsächlich im Patienten nutzen, dann verwendet werden und um natürlich auch die Akzeptanz in der Bevölkerung zu schaffen. Und das schon mehrfach hier angesprochene Beispiel des elektronischen Rezepts zeigt ja, dass bislang vor allem der Transportweg der Medikamentenabgabe hier im Fokus stand und letztendlich eine recht merkwürdige Tokenlösung im Raum steht, wo ja dann der Patient unter Umständen in der ersten Phase weniger Informationen in den Händen hält als beim Papierrezept. Und stattdessen fehlen Funktionalitäten wie Dosierungs- und Einnahmehinweise für die Patienten. Und es ist ja ganz klar, dass das elektronische Rezept in der Bevölkerung wesentlich bessere Akzeptanz hätte, wenn schon von Anfang an an diese Funktionalitäten gedacht worden wäre. Und ganz ähnlich verhält sich es auch im Zusammenhang zwischen der elektronischen Patientenakte und dem Nationalen Gesundheitsportal, wo es überhaupt keine konzeptionellen Überlegungen gibt, beides miteinander zu verschränken. Und auch hier zeigt sich, dass eine Patientenbeteiligung in den vorbereitenden Gremien wirklich dann auch zu einer wesentlichen besseren Umsetzung der Digitalisierung im Gesundheitswesen führen könnte. Und zum Schluss muss man natürlich das Thema der Forschungsdatenstelle benennen. Da hat Herr Weichert ja vorhin schon darauf hingewiesen, dass es völlig inadäquat ist, dass dort Sachbearbeiter darüber zu entscheiden haben, ob Daten zu Forschungszwecken oder zu operationalen Zwecken beantragt werden und herausgegeben werden sollen. Und da ist es ganz klar, dass eine Patientenbeteiligung der Patientenorganisation in den entsprechenden Gremien auf jeden Fall angezeigt wäre. Vielleicht kann man noch dazu fügen, dass in dem aktuellen Entwurf der Datentransparenzverordnung auch eingeräumt wird, dass es ein Reidentifikationsrisiko bei jeder Datennutzung gibt, die die Forschungsdatenstelle hier sozusagen zu bearbeiten hat. Und schon allein die Risikoabwägung im Hinblick auf diese Frage macht es erforderlich, dass es eine Patientenbeteiligung gibt. Vielen Dank, Frau Kleinschmark. Dankeschön. Eine Frage an das Aktionsbündnis Patientensicherheit, Herrn Weigand. Wie kann aus Ihrer Sicht digitale Gesundheitskompetenz im Umgang mit digitalen Anwendungen gerade bei den Menschen erhöht werden, die am meisten von Digitalisierung profitieren könnten? Und welche Akteure müssen bei der Vermittlung und Beratung von Kompetenzen verstärkt einbezogen werden? Herr Weigand. Vielen Dank für die Frage. Marcel Weigand, Aktionsbündnis Patientensicherheit. Können Sie mich gut hören? Ja. Gut. Aus meiner Sicht bedarf es da einer konzertierten Aktion mit mehreren Elementen. Alle wesentlichen Beteiligten am Behandlungspfad, das sind vor allem Hausärzte, aber auch ambulante Pflegedienste, müssen ausgebildet und weitergebildet werden in Sachen digitaler Gesundheitskompetenz. Sonst können Sie natürlich für Fragen, die aufkommen beim Behandlungsgeschehen, auch nicht zur Verfügung stehen. Das ist das eine. Zum anderen muss man sicherlich die Einrichtungen, die sich um die Information und die Beratung von Patienten kümmern, die muss man mit einbinden. Diese Organisationen müssen zukünftig für die digitale Gesundheitskompetenz sorgen. Es reicht nicht aus, dass es wie jetzt in § 20k SGB V auf Seiten der Krankenkassen Schulungsangebote gibt, sondern hier muss es tatsächlich auch über die Krankenkassen hinaus bei den entsprechenden Organisationen, die ich eben genannt habe, auch Schulungs- und Weiterangebote auf der einen Seite für die Leistungserbringer geben, aber eben auch Unterstützungsangebote für die Patienten. Aus meiner Sicht braucht man für so eine konzertierte Aktion so etwas wie eine Koordinierungsstelle, die das Ganze dann als Gesamtkonzept präsentiert. Und ich glaube, dass auch ein Teil der Lösung ist, dass die Anwendungen, die jetzt entwickelt werden, sei es E-Rezept, E-Paar, Gesundheits-Apps, möglichst in ihrer Komplexität reduziert werden und so gestaltet werden, dass sie eben auch von Patienten möglichst ohne weitere Schulungen zu bedienen sind. Und da gibt es, glaube ich, großen Nachholbedarf. Hierzu wäre es sinnvoll beispielsweise, dass Anwender dazu verpflichtet werden, schon bei der Konzeption Nutzer und vor allem die Zielgruppe der Nutzer einzubinden, um das zu gewährleisten. Vielen Dank. Nächste Frage, Frau Kleinschmeig. Danke schön. Die nächste Frage richtet sich an Prof. Dr. Sedlmayr, Einzelsachverständiger. Inwieweit ist eine bessere Qualität von Forschungsdaten und eine dezentrale Forschungsdateninfrastruktur hilfreich? Herr Prof. Dr. Sedlmayr. Martin Sedlmayr, Zentrum für medizinische Informatik an der TU Dresden und Hochschul Medizin Dresden. Man sagt immer so schön, garbage in, garbage out. Wir reden hier ja von Daten, die nicht primär zum Zwecke der Forschung erhoben werden. Die Patienten Daten, die kommen aus der Versorgung und sind von Personal erhoben worden, das unter hohem Zeitdruck steht, das die Daten in Systeme eingibt, die häufig nicht dazu einladen, vollständig und qualitativ hochwertig zu erheben, in Prozessen, die nicht durchgängig digital gestaltet sind. Das heißt, für den Qualitätsanspruch für eine gute Forschung müssen die erhebenden Stellen idealerweise mit einbezogen werden, weil nur die auch beurteilen können, ob die Daten in dieser Qualität ausreichen. Zum Zweiten, Sie haben gefragt, auch nach der föderierten Infrastruktur. Wir haben immer wieder festgestellt, und es ist publiziert worden, dass es so etwas wie den Forschungsdatensatz gar nicht gibt. Herr von Kalle kann momentan ein Lied davon singen, wie schwierig es ist, einen Kerndatensatz allein zum Thema Covid zusammenzustellen. Wenn wir hier alle Fachgesellschaften befriedigen wollen, dann sind wir bei mehreren Hundert bis mehreren Tausend Variablen alleine zum Thema Covid. Das heißt, auch hier macht eine Zentralisierung nicht Sinn. Und Herr Schröder hat es auch schon angesprochen, auch das Thema verteiltes Rechnen ist eine Chance, Daten auszuwerten am Ort ihrer Entstehung, ohne sie mit allen Risiken für Datenschutzbrüche und Angriffe zentralisieren zu müssen. Das heißt, es gibt sehr viele Gründe, weshalb föderierte Infrastrukturen und die Einbeziehung der erhebenden Stellen Sinn machen. Ja, es benötigt eine zentrale Governance. Die Datenelemente müssen definiert werden, die Standards müssen vorgegeben werden. Das soll zentral, nachhaltig und auch verbindlich sein, aber eben nicht zu einer Zentralisierung der Daten selbst führen, sondern das ist idealerweise durch eine föderierte Infrastruktur geleistet. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kleinschmeig. Die nächste Frage geht an Herrn Weichert, falls Herr Weichert jetzt tatsächlich durchdringen kann. Wie bewerten Sie die aktuelle datenschutzrechtliche Situation für die Gesundheitsforschung und was wäre Ihr Vorschlag für eine Reform? Herr Dr. Weichert. Ja, ich bin wieder da, Weichert vom Netzwerk Datenschutzexpertise. Die Rechtslage im Forschungsmedizin-Forschungsbereich ist derzeit sehr unübersichtlich. Wir haben die Regelung SGB-10, dann die Regelung SGB-5, da insbesondere die 303a folgende. Wir haben die ärztlichen Berufsordnungen, wir haben als Scharnierregelung das Bundesdatenschutzgesetz, dann viele Spezialregelungen, Transplantationsgesetz, Implantate-Registergesetz, Transfusionsgesetz und so weiter und so fort. Herr Dr. Weichert, wir können Sie leider nicht verstehen. Und bevor den Grünen die Zeit wegläuft, wäre vielleicht es besser, eine weitere Frage zu stellen an einen anderen Sachverständigen. Vielleicht können Sie Ihre Antwort uns schriftlich zuleiten. Dann hat das Wort jetzt Frau Kleinschmeig. Insbesondere jetzt auch an die Universitätskliniken, die Krankenhausländer, des Landesdatenschutzgesetzes der jeweiligen Länder. Hören Sie mich? Nein, nein, wir hören Sie nicht. Was ist der Regelungsbedarf? Der Regelungsbedarf besteht darin, zunächst einmal zu definieren. Herr Dr. Weichert, wir hören immer nur so etwa ein Drittel. Vielleicht können Sie uns die Antwort schriftlich zuleiten. Und dann stellt Frau Kleinschmeig eine nächste Frage. Danke an den Spitzenverband der Heilmittelerbringer, Frau Rebschläger. Warum ist es wichtig, dass die gesamte Behandlungskette und damit auch Ergotherapeuten, Podologen und weiterer Heil- und Hilfsmittelerbringer an die Telematik-Infrastruktur angeschlossen werden? Frau Rebschläger. Herzlichen Dank für die Frage. Die Digitalisierung im Gesundheitswesen kann ja nur ihre volle Wirkung entfalten, wenn wirklich alle Leistungserbringer auf die elektronischen Anwendungen zugreifen können. Wenn das nicht geschieht, werden bestimmte Akteure von Beginn an abgehängt und benachteiligt. Das kann nicht sein. Derzeit sollen ja zwar Physiotherapeuten an die Telematik-Infrastruktur angeschlossen werden, aber andere Heilmittelerbringer, wie zum Beispiel die Ergotherapeuten und die Podologen noch nicht. Und all diese Berufsgruppen leisten aber auch einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit der Patienten. Es ist wichtig, dass behandlungsrelevante Informationen unter allen behandelnden Therapeuten und anderen Gesundheitsberufen ausgetauscht werden können. Die Kommunikation dient ja dazu, Fehler zu vermeiden, Verzögerungen zu vermindern und mit guter Kommunikation zum Beispiel in Telekonsilen soll ja auch die Therapie gut gesteuert werden. Das ist nur möglich, wenn auch wirklich alle beteiligt sind. Daneben soll ja das BDSG den Patienten ermöglichen, Gesundheitsdaten digital besser im Blick zu behalten. Und Gesundheitsfachberufe sind ein wesentlicher systemrelevanter Bestandteil der Gesundheitsversorgung vieler Patienten. Deshalb müssen ihre Daten von Beginn an Teil der digitalen Patienten akten. Das ist aber wiederum nur möglich, wenn nicht nur Physiotherapeuten, sondern auch alle übrigen Heilmittelerbringer und alle Gesundheitsfachberufe an die Telematik-Infrastruktur angeschlossen werden. Vielen Dank. Wir sind am Ende unserer Anhörung angekommen. Ich bedanke mich ganz besonders bei allen Sachverständigen, die uns hier zugeschaltet waren. Leider konnten nicht alle Sachverständigen ihre Expertise hier einbringen. Aber ich glaube, dass also die Meinungen der Sachverständigen in die Diskussion einfließen werden, weil ja viele eine schriftliche Stellungnahme abgegeben haben. Deshalb auch noch mal ein ganz besonderes Dankeschön an die, die dabei waren, aber nicht zu Wort kommen konnten. Und ich wünsche allen eine gute Beratung und einen weiteren guten Verlauf des Mittwochs. Und wir werden uns ja gleich im Plenum wiedersehen. Vielen Dank. Und wir werden uns ja gleich im Plenum wiedersehen. Und wir werden uns ja gleich im Plenum wiedersehen.